Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben YouTube-Zuschauer. Wir sind es mal wieder. Ja, Mr. Wir kaufen und verkaufen uns oder verkaufen die Welt. Ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Es freut mich sehr. Wir spielen das dritte Mal jetzt die Demo von Supermarket Simulator. Das Spiel hat tatsächlich in drei oder vier Tagen den Full Release und ich bin mega hyped darauf. Ich freue mich total. Wir wollten jetzt also die Demo noch ein bisschen auskosten, solange wir sie jetzt spielen können. Und ich habe jetzt hier extra nochmal gebastelt, hier auch für die YouTube-Zuschauer. Einfach, dass wir immer am Anfang der VODs gucken können, wer ist der letzte Member gewesen auf dem YouTube-Kanal, wer war der letzte Follower, also Subscriber. Also hier nochmal, Esra, ganz viel lieber an dich, Mann. Dankeschön für den Support. Anna natürlich mit der Membership, übel krass. PNG, Emily, Löwenherz. Dankeschön auf jeden Fall an euch alle da draußen. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, Mann. Dankeschön. So, also dann beginnen wir mal den Tag. Also wir haben jetzt gerade das Ziel, purchase a new section using your computer to expand your store. Im Endeffekt, glaube ich aber, können wir uns das noch gar nicht leisten. Wir haben wahrscheinlich viel zu wenig Geld. Wir haben 79 Dollar gerade, was wirklich eigentlich ziemlich bodenlos ist. Ich kann auch, warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich hier die Cam ein bisschen weiter runter machen kann. Hier. Das wäre, glaube ich, ziemlich praktisch, weil dann könnt ihr auch oben die Anzeige... Ja, so. So. So ist, so ist, glaube ich, perfekt, oder? Ja, so ist, glaube ich, gut. Ah, nee, warte mal, noch ein bisschen weiter nach rechts, glaube ich. Hallo, warum kann ich das nicht weiter nach rechts machen? Ja, so ist, glaube ich, gut. Wir sind arm. Ja, wir sind, äh, wir sind tatsächlich arm. Wir haben 79 Dollar. Also, wir sind hart am Arsch. Naja, im Endeffekt, äh, hoffen wir, dass wir jetzt neue Produkte verkaufen können und damit wieder extrem Reichtum erlangen. Lass mal ganz kurz gucken. Management. Wie viel kostet das denn? Also, wir können noch ein weitere, eine eine weitere Lizenz kaufen. Die kostet aber 475 Dublon. Viel zu teuer. Also, wirklich extrem. Äh, haben wir, haben wir noch gar keine Kohle, Mann, für. Müssen wir gucken, ob wir uns das später vielleicht leisten können. Wir haben ja auch noch Bills wieder zu payen. Jetzt haben wir nur noch 59 Dollar, Jet. Ach, dieser, diese Blutsauger. Section 1. Purchase this section to expand your supermarket. Okay, das sollten wir kaufen. Für 150 Dollar. Das ist gar nicht so viel. Also, das geht sogar. Weißt du, worauf ich mich freue, wenn der Kackkuchen endlich ausverkauft ist? Also, der Kuchen ist der letzte Wichser einfach. Also, niemand will, niemand will den Kackkuchen haben. Ey, wir haben den Kuchen ausverkauft. Der scheiß Kuchen ist weg. Und den kaufen wir auch nie wieder, diesen Müll. Scheiß auf Kuchen. Der ist weg. Die haben den zum Glück aufgekauft. Ja, nee, den holen wir nie wieder. Den hat ja keine Sau gekauft. Der ist einfach weg. Sehr gut. Ja, den kaufen wir uns auch nie wieder. Der war so Müll einfach. Okay, Jet, dann würde ich sagen, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich dachte, wir haben noch ein paar. Nee, wir haben zum Glück alle verkauft. Ich glaube, von denen hier haben wir diesen ganz neu in unserem Sortiment. Also, Jet, wir bieten jetzt Handseife an. War das ein Blaubeerkuchen? Ich weiß gar nicht mehr genau, was das überhaupt für ein Kuchen war. Aber wir bieten natürlich jetzt auch noch Handseife an, was sehr nice ist. Also, die Peanut Butter, die ging so krass weg. Also, Peanut Butter ist, glaube ich, bei uns so übel gut, kommt es an. Chips, glaube ich, bis jetzt noch nicht so nice. Shampoo anscheinend auch ein bisschen. Und Kaffee. Ich glaube, Kaffee und Peanut Butter ist so das Krasseste. Mit Eiern noch. Eier sind, glaube ich, auch sehr beliebt. Bianca, hab einen schönen Abend. Verkauf einfach die neue Red Bull-Sorte. Gefühlt jeder Jugendliche, den ich heute gesehen habe, hatte das in der Hand. Okay. Ja, also, da bin ich ja... Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendwie zweimal in meinem Leben Red Bull getrunken, so ungefähr. Ja, krass. Eine neue Red Bull-Sorte. Ist das was so Besonderes, oder was? Kevin, einen wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir? Das ist viel Veränderung, das du da gemacht hast. Da braucht die Meldzeit, sich daran zu gewöhnen. Ja, ist schon extrem viel Zeit. Ja, so viel Veränderung. Da brauchst du sehr, sehr viel Zeit. So, guten Tag, der... Warte mal, ist der neu? Habe ich den schon mal bei uns im Sub... Und der... Alter, was hat der da gerade weggekauft? Was hat der da gerade alles eingepackt? Haben wir den schon mal gesehen? Der kommt mir so gar nicht bekannt vor. Ich kann mich nur noch an Jason Statham erinnern. Ach, der hat das ganze... Ach, hier wird gehamstert. Natürlich. Da wird gehamstert. Ah, hier werden die Chips gekauft. Sehr schön. Ich dachte auch gerade, den kenne ich noch gar nicht. Also, der kam mir jetzt auch irgendwie nicht bekannt vor, der Typ. Vielleicht ist der neu hier hingezogen oder so. Das kann ja sein, wer weiß. Mir schmeckt es aber sausüß, trotz Sugarfree. Okay, interessant. Einfach kein Rückgeld geben? Äh, nee, weil... Also, du siehst hier immer, ob die Rückgeld... Die haben passend gegeben eben. Hier siehst du immer, ob du denen Rückgeld geben musst. Und eben war hier, wenn das grün ist, dann ist es perfekt. So, siehst du? Jetzt ist grün. Und zack. Manchmal geben die auch einfach passend. Es ist zwar eher selten, aber ist natürlich am allergeilsten. Leih, schlaf gut, hab einen schönen Abend, Mann. Ja, nee, du solltest denen einfach keins geben. Ach so, du meinst, ich soll gar kein Rückgeld geben. Oh, was haben sie denn mit Mr. Proper hier? Ah, interessant. Warte mal. Chats, sind die neu? Hä? Kennen wir... Ich glaub, ihn kennen wir. Fast ein halbes Jahr dabei. Liebe an euch alle, Mulden, Mulden, love. Ähm, Maya, mit fünf Monaten. Fast ein halbes Jahr. Ich danke dir von ganzem Herzen für den Support. Oh, die sucht Toilet Paper. Ist too expensive. Geh arbeiten, Mann. Dann kannst du dir das auch leisten. Ich hab so viele Käufer, die wollen so viel Geld für den Kaffee ausgeben. Mann, oh Mann. Nee, die beiden sind nicht neu? Nee? Also, er ist nicht neu, ne? Alter, ich hab die Gesichter einfach alle vergessen von meinen Kunden. Und dann komm ich mit meinen 31 Monaten. Ja, Tom, das ist schon sehr krass, Mann. Du bist da schon sehr, sehr krass lange dabei. So, Chat, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Tag, kassieren wir nur einen und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Und danach shoppen wir dann einfach komplett. Ich kenne die alle gefühlt nicht. Das sind neue Kunden. Achso, also bin ich nicht verrückt. In deinem Laden bezahle ich auch 16 Euro für einen Kaffee, Isabel. Du weißt auch, was Qualität ist. Also, ich meine, in meinem Laden-Chat, also, wir haben ja jetzt hier auch den Mulmkassierer, also, von Akers, also, Kalaschnikows bis tolle Toppflanzen, bis hin zu, ach, Jason Statham mal wieder, bei mir am Einkaufen, ne? Ah, der Beste. Der einfach Beste. Und das zeugt er schon von Qualität, wenn ein Hollywood-Star bei mir einkaufen geht. Und der ist aber auch am Hamstern, ne? Ich danke dir von Herzen, Tom, wirklich. Das ist, ah, da wird gehamstert. Ich danke dir von Herzen, Mann, für den Support seit so langer Zeit. Das ist echt krank, Mann. 31 Monate, das ist so viel Zeit. Wahnsinn. Okay, also, sie will Candy haben. Okay, Chef, wir müssen uns jetzt so ein bisschen merken, was die haben wollen. Candy möchte die eine haben. Ich kann das ja schon mal hier in meinen, in meinen Dingen da reinlegen, in meinen Warenkorb. Ja, spielt ihr den ersten 4A-Kaffee? Das heißt, er muss gut sein. Da hast du vollkommen recht. Warte mal, was wollte sie haben? Sie hat irgendwas gesucht gerade. Boah, Junge, die macht eine Hausparty. Wie viele, ach du Scheiße, wie viele Chips kauft die ein? Das könnte mein, mein Einkauf gewesen sein. So, 50. Ich glaube, ich hole mir nächste Woche eine Pflanze. Hat wer eine Empfehlung? Ja, komm auf jeden Fall bei mir im Laden vorbei. Ich berate dich da gerne. Ich berate dich da sehr gerne. Ich finde Efeututen zum Beispiel sehr schön. Monstera geht auf jeden Fall auch immer, auch immer eine gute Sache. So, ganz kurz gucken. Candy und Toilettenpapier. Toilettenpapier hatten wir, glaube ich, auch noch nie im Sortiment, weil das scheiße teuer ist. 79 Dollar für vier Toilettenpapier. Ich meine, okay, wir können auch bestimmt 25 Dollar dafür nehmen. Ich hoffe, dir geht es gut. Fühlt euch gedrückt und passt auf euch auf. Olivefarbene Haut. Peanutbutter ist too expensive. Ach, halt die Fresse. Halt doch dein Maul. Diese armen Leute immer. Pasta. Okay, Chad, Pasta brauchen wir noch. Das muss ich mir auch noch notieren. Pasta und Öl. Pasta, Pasta, Pasta. Öl. Pasta. Oh, das wird ein teurer Einkauf, Mann. Ein sehr teurer Einkauf. Kakteen sind pflegeleicht. Ich mag Kakteen irgendwie nicht. Weiß auch nicht, Mann. Die irgendwie, bei mir funktioniert das nicht so gut. Malu, ich danke dir nochmal von Herzen für die 27 Monate. Das ist wirklich insane, Mann. Danke dir für alles. Und ich hoffe, dass dir soweit gut geht. Bei mir ist gerade, boah, sag ich dir ehrlich, oh, Jason Statham. Kauf die Peanutbutter. Äh, ist, ist ein krasser Durchhänger zur Zeit. Aber das ist schon okay so. Ich hoffe, dass dir gut geht, Mann. Dankeschön für die 27 Monate. Chad, Dankeschön generell für alle verschenkten Subs, für die ganzen Sub-Erweiterungen. Ähm, Maya hat ja eben auch noch, ne, mit den 5 Monaten reingesubt. Einfach fast ein halbes Jahr. Aber ich bin euch da sehr dankbar, Chad. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Und euer Geld. Das, äh, dafür. Boah, Alter, der Hamster ist übel. Wie viele Peanutbutters hat er da gerade eingesammelt? Hilfe. Aufsichtsweise mal über dem Handy dran. Das ist wahrscheinlich sein Frühstück einfach. 63 Dollar hat er dafür. Ach, du Scheiße. Aber wir sind vielleicht ein bisschen teuer. Die Abo-Falle schnappt wieder zu. Milk is too expensive. Junge, hast du dich mal angesehen? Kein Wunder, dass das so teuer ist. Für dich, du Geringverdiener. Boah, aber bezahlt mit einem Hunderter, ne? Also das sind mir wirklich die allerliebsten Kunden. Die Medioren vollheulen, dass was zu teuer ist. Okay, die kauft die Dinge aber bestimmt auch nur wegen dem Bild darauf. Wahnsinn. Okay, Chad. Also wir haben fast, fast alles verkauft. Wir haben 532. Chips mit Erdnussbutter. Boah, das ist aber auch eine Gönnung, oder? Den tunkt er da bestimmt rein. Geil. Wir sind anscheinend zu teuer. Auch Josh verlangt 8 Euro für Erdnussbutter. Isabel, du siehst aber, ja, die Erdnussbutter geht weg. Ich meine, ja klar, wenn da eben mal eine Person reinkommt, die halt eben nicht das Geld besitzt, dann muss sie das halt eben akzeptieren halt, ne? Ist doof, ist aber halt eben so, ne? Dafür können wir die Produkte für noch teurer verkaufen. Das ist doch das Einzige, was zählt. Die Inflatation, genau. Christian, wunderschönen Abend. Im Endeffekt, wie gesagt, Chad, ne? Ich muss ja auch gucken, dass ich hier meinen Laden bezahlen kann, dass ich, ähm, auch noch Geld für Frau und Kinder zu Hause habe. Hör auf rumzuheulen, dass die Peanutbutter zu teuer ist, Mann. So ist es halt eben einfach. So, da werden erstmal drei Seifen gekauft. Geil. Okay, der will auch Öl haben. Sammy, ich danke dir von Herzen auch noch für die neun Monate. Oh mein Gott, Jula, Alter. Holy fuck. Schmeißt dir wieder die Sachen um. Äh, Hilfe, Alter. Alter, Jula, was... Mäuschen. Mua. Äh, Sammy, Mann, ich danke dir von Herzen für die neun Monate. Thank you, Mann. Dankeschön für den Support, Mann. Dankeschön, Dankeschön. Kakteen sind nice zum Kuscheln geeignet. Ja, wirklich super Sache. Empfehle ich jedem zum Kuscheln. Safe. Super, super Sache, Mann. Einfach mal mit einer Kaktee kuscheln. Okay. Er will Cake haben. Er will Cake haben. Ach, du Scheiße. Ich glaube, dem gebe ich Hausverbot, Chat. Ich glaube, dem muss ich Hausverbot geben. Ne, der ist verboten. Also, das kann ich nicht. Sowas dulde ich nicht in meinem eigenen Supermarkt. Oh je, ganz suspicious. Ja, absolut. Guck mal einfach. Boah, Alter, Chat. Wir haben heute... Wir haben 600 Dollar. Ich meine, im Endeffekt, klar. Wir müssen jetzt auch natürlich wieder fett einkaufen. Also, wir haben jetzt in unserer Liste Candy, Water, Toilettenpapier, was auch wirklich ziemlich teuer ist. Aber ich glaube, das können wir bestimmt für sehr teuer auch verkaufen. Ich würde sagen, wir holen noch ein paar Nudeln. Wir brauchen sowieso immer Öl eigentlich. Boah, 351 wird der Einkauf kosten. Was brauchen wir noch? Die Eier sind fast weg. Eier und... Ja, tatsächlich, wir brauchen wirklich Wasser. Und die Sprühflaschen bräuchten wir vielleicht auch noch neu. Boah, 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 boah. Vielleicht nehmen wir sogar nochmal Wasser. Wasser scheint auch wirklich sehr wichtig zu sein, ne? Hier, Cleaner. Also, die Cleaner gehen anscheinend auch wirklich sehr gut weg, ne? Oh, ich kann nicht mehr einkaufen. Ich, äh, ich, ich hab zu viel. Warte, kann ich denn eine Sache wegnehmen und dafür kann ich dann Peanut Butter kaufen? Weil ich würde die echt gerne haben. Ja, okay, können wir. 430 Dublonen. Ach, du Scheiße. Das ist, äh, das ist sehr viel Geld. Ich meine, im Endeffekt, wir müssen halt investieren, ne? Weil wir haben halt keine Sachen mehr. Bin ich die Einzige, die keine Chips mag? Ich weiß nicht. Auch du darfst nicht in meinen Laden. Äh, weiß nicht. Ne, wird bestimmt einige Menschen geben, die keine Chips mögen. Für mich eine Unverständlichkeit, aber so ist es. Oh, die Pasta und Cake ist tatsächlich im Preis gestiegen. Hm, was tatsächlich was Gutes ist. Hat überhaupt irgendwer Milch gekauft? Ja, wir haben drei Milch verkauft. Drei. Okay, ich geh mal im Preis runter. Vielleicht, äh, vielleicht holen sie sich dann mehr Milch. Aber bis jetzt eher Flaute, was Milch angeht. Okay, Chat, ich kauf mal einen, ne? 437 Dublonen. Ist schon viel, ne? Aber was muss, das muss. Ich hab mir die Tage erst Western-Style... Ach, du Scheiße. Ich hab mir die Tage erst Western-Style-Chips für 99 Cent geholt. Papa, ja, weißt du, warum die so billig sind? Weil das einfach, also, ja, ne? Du weißt, warum. Die musst du, unter Quarantäne musst du die essen. Und öffnen. Ich liebe Chips. Hast du auch Western-Style im Angebot? Äh, muss ich mal gucken, wie viel die Western-Style-Chips bei uns hier weggehen. Boah, okay. Die nehmen aber auch sehr viel Platz weg, das Toilettenpapier. Ich hätte nicht gedacht, dass das solche großen Rollen sind. Ich dachte, das sind so, so, die man irgendwie beieinander stapeln kann. Der Marktpreis ist 31 Dollar, Chats. 31 Dollar für Toilettenpapier. Das sind ja Corona-Preise. Äh, Thalia, ich danke dir übrigens nochmal von ganzem Herzen für die 15 Monate. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Und einfach nur wirklich Dankeschön, dass du schon seit 15 Monaten der Abo-Falte bist. Echt. Und danke wirklich von Herzen für die sehr, sehr lieben Worte. Dankeschön. Es freut mich echt sehr. Danke, danke, Mann. Dann machen wir 50 Euro. Mach 50 wegen Corona. Jetzt ist halt die Frage, ne? Wie hoch können wir jetzt ansetzen, die zu verkaufen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dadurch, dass die generell so teuer sind. Meint ihr, wie können die so für, für so 34 verkaufen? Meint ihr, das können wir machen? Oder so, oder so. 34, 99 oder so. Mach mal mehr, mehr. 40? Junge, also 40 ist schon krass. Sollen wir 34,99 machen? Dann machen wir 15 Dollar Profit. Boah, das ist schon krass. Boah, Chat, wenn wir das dafür vertickt bekommen, ne, dann, äh, dann weiß ich, wie wir reich werden. Hier, wir haben hier noch mehr. Ach du Scheiße, ich tu die mal hier unten rein. Chat will das Geld sehen. Ich, ich seh das schon, ja. Chat will das Geld regnen sehen. Wucher. Lauchbär, mein Bester. Du, du, du weißt nicht ganz, äh, also, ne, die Inflatation, mein Bester. So ist es halt, ne? Ich hab die Preise ja auch nicht gemacht. Also, naja, doch, eigentlich, nein, hab ich nicht. Ich war das gar nicht. Ich hab diese Preise nicht gemacht. Die Inflatation ist dafür zuständig. So, das Wasser, ach schon, das Wasser muss ja hier rein. Ich hab grad so fett Hunger. Na, dann komm doch mal bei mir im Laden vorbei. Ich hab die besten Preise. Schikana, ne? Wie wär's? Ich hab wirklich, ich mach dir, ich mach dir gute Preis. Gute Preis, gute Preis. Ich mach dir gute Preis. Lass mal ganz kurz gucken. Oh, die sind wirklich im Preis übel gestiegen. Ey, geil. Das heißt, wir können die für 4,99 oder so verkaufen. Oh, das ist cool. Okay, lass mal versuchen, die für 4,99 zu verkaufen. Hatten wir Toastbrot auch nachbestellt? Ich glaub leider nicht, ne? Ich will meine Nieren noch behalten. Dankeschön. Schikana, du wirst niemals wissen, was gut für deinen Körper ist, wenn du nicht einmal bei mir in meinem Supermarkt einkaufen warst. Ich biete die High-Quality-Ware des Jahrtausends an. Kein Supermarkt kann mir das Wasser reichen. Glaub mir mal. Deswegen, du solltest, du solltest mal vorbeikommen. Es ist eine Bereicherung für Körper und Geist. 6 Euro, was soll der Geiz? Okay, lass mal ganz kurz gucken. Also, ich würde noch Eier bestellen. Also, Eier würde ich vielleicht noch bestellen. Und Brot. Wo haben wir sie denn hier? Eier. Ja, Eier gehen eigentlich immer, ne? Und Brot. Slice Bread. Geht eigentlich auch immer weg. Also, Chat, seid ihr so Menschen, die viel Toast essen eigentlich? Ich find so Toast, also bei uns ist Toast einfach so ne Sache, die ballert man sich dann irgendwie mal rein halt, ne? Wenn man irgendwie nix anderes zur Verfügung hat. Und der Cake ist halt gestiegen, ne? Aber eigentlich will ich den nicht kaufen. Der kostet 31 Dollar. Also, wer auch immer diese Cakes herstellt, der kann sich mal wirklich, ich spreng nimm die Fabrik weg. Der kann mich kreuzweise. Ey, haben wir noch Serials? Oh, wir brauchen noch Frühstücksflocken, Chat. Die Cereals. Boah, aber die sind auch geisteskrank teuer. Boah. Okay, ja, egal, Chat. Alles für unsere Customer, damit die hier die größte Auswahl haben in unserem tollen Supermarkt. Alles für die Customer. Haben wir noch Kaffee? Ja, wir haben ein bisschen Kaffee, haben wir noch. Vier Stück. Aber die, hier, die sind krass. Die haben sich auch super verkauft, meine ich. Mehl. Oh, stimmt. Wir haben auch kein Mehl mehr. Ah, Mann. Ja, stimmt, ne? Mehl wäre eigentlich... Ja, wobei, ich glaube, das kaufe ich noch nicht. Lass mal ganz kurz gucken. Ja, der Preis ist angemessen. Ich meine, wir könnten vielleicht ein bisschen höher gehen. Aber lass mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir müssen noch Bills bezahlen, oder? Management Bills. Ja, ich würde sagen, Chat, wir lassen mal die 51 Dollar einfach auf Vorrat, falls wir die noch brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, es wäre jetzt vielleicht dumm, sofort da irgendwie, also auf Null zu gehen. Lass das erstmal noch behalten. Einfach für, falls wir irgendwas ganz dringend nachbestellen müssen. Ich meine, wir kriegen das Geld ja jetzt sowieso dann wahrscheinlich hoffentlich irgendwie wieder rein. Hier könnten wir eigentlich noch ein Wasser bestellen, aber das machen wir, später. Okay, Chat, Arbeitstag beginnt. Wow, also heute wieder auch sehr schönes Sortiment, auch gut eingeräumt. Lukas, einen wunderschönen guten Abend. Mach doch einen riesigen Einkauf. Ja, kann ich nicht, Marie. Ich habe nur 51 Dollar. Wir haben eben schon einen riesen Einkauf gemacht. Uns geht das Geld aus. Das Toilettenpapier regelt. Ich bin wirklich gespannt, ob sie das jetzt kaufen. Wenn sie das jetzt mega easy einfach einpacken, Chat. Guten Tag. Ja, gehen Sie zum Klopapier, genau. Ah, nee, die Handseife. Okay, die hat die Handseifen aufgekauft. Ich brauche neue Handseifen. Scheiße. Warte mal, wie teuer waren nochmal die Handseifen? 23 Dollar. Ja, komm, das machen wir noch. Ist okay. Ist okay, machen wir noch. Jetzt haben wir nur noch 25 Dollar. Egal. Scheiß drauf. Geld kommt jetzt wieder rein. So, jetzt haben wir wieder 52. Wir brauchen... Alter, ist die klein. Oh, der fuck, die ist so mini. Wir brauchen Handseifen. Die hat die komplett gehamstert. Du musst ja noch die Preise überall richtig einstellen. Äh, nee, die Preise müssten eigentlich so richtig sein, oder? Okay, Peanut Butter sagt, sie ist too expensive. Ist es gefallen? Ah, ich würde sagen, wir lassen das erst nochmal so. Oh, hier wird nur Candy gekauft. Ei, 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 ei. Die 50 heben wir uns auf. Ja, ja. Jetzt, guck mal, jetzt haben wir wieder 68 Dollar Chats. Emma, auch noch mit 25 Monaten. Dankeschön. Wow. Dankeschön. Alter, Jason Satham, wie der gerade aufgeploppt ist. Moin, Moin, love Moin, Kussi. Ich danke dir von ganzem Herzen, Emma, für die 25. Ein Bussi an dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Mit einem Hunderter. Ja, genau so. Hätte ich mir das vorgestellt bei Ihnen. Genau so. Äh, warte mal, wo bin ich hier gerade? Äh, da. Candy is too expensive. Warte mal, warst du nicht gerade schon da und hast Candy gekauft? Warte mal, war die nicht schon bei uns gerade und hat vier Packungen gekauft oder so? Jaja, ich weiß, ich weiß, wer du bist. Jaja, ich hab dich eben erst gesehen. Die kommt sofort einfach nochmal. Die denkt, ich bemerke das nicht. Lieber einen wunderschönen Abend. Wie geht's dir? Äh, nicht so gut. Aber ich hoffe, dir geht's gut, Mann. So eine Lügnerin. Oh mein Gott, ist sie reich. Die kommt nochmal. Dreimal hintereinander. Hundert vier. Die hat hundert vier Dollar ausgegeben für Toilettenpapier. What the fuck? Es hat einfach wirklich funktioniert. Aber Milch ist zu teuer. Jaja, ja, ja, wirklich. Die wollen, die wollen mich alle verarschen, die bei mir einkaufen kommen. Die wollen mich alle verarschen. Universum, einen wunderschönen guten Abend. Ich find das Game, by the way, mega entspannt zum Zuschauen. DM, das freut mich. Also ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, gerade wenn dann die Full-Version draußen ist. Ich glaube auch, es macht einfach unfassbar Bock, so zu sehen, wie der Supermarkt immer weiter wächst. Ja, und da freu ich mich total drauf. Yo, die... Chat, das ist zu billig. Ich glaube, sie ist Toilettenpapier. Ja, das ist zu billig. Junge, die hat 151 Dollar ge... Holy shit. Ich sag doch 40. Alter, Toilettenpapier ist der shit. Wir brauchen mehr Toilettenpapier. Chat, wisst ihr was? Ich kaufe sofort zwei. Und am besten machen wir das dann auch sofort teurer. Also die kaufen das ja viel zu krass weg. Okay, wisst ihr was wir machen? Wir gehen zwei Euro teurer mal, okay? Lass mal... Lass mal 37,99 machen. Und dann mal gucken, was sie dazu sagen. Oh, Alter. Da wird die Handseife gefressen zu Hause. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So eine Sache ist das nämlich. I couldn't... Was ist nochmal Flor? Ist es... Ist es Mehl? Oder wie auch immer man das ausspricht? Ja, ne? Ich glaube, das war Mehl. Ja, ist Mehl. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall auch Mehl. Ähm... 27,5. Ein Chip... Boah, Alter. Aber die gehen auch richtig weg, ne? Diese Frühstücksflocken. Also, die gehen auch krass über die Ladentheke. Bup, 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 bup. Also, bis jetzt... Bis jetzt hat keiner mehr Toilettenpapier gekauft. Bis jetzt. Stimmt, und Kaffee wird nicht mehr gekauft, ne? Boah, der ist aber auch sehr teuer, ne? Okay, wisst ihr was? Wir machen ein Angebot. Wir machen ein Angebot, Chat, und zwar machen wir... Komm, sind wir mal nicht so... 9,99 der Kaffee. Ja, ich weiß, es ist unfassbar krass und sehr, sehr billig, aber egal, Chat. Für... Für unsere... Für unsere Einkäufer. Wir... Wir wollen ja auch ab und zu das Beste für die. Ab und zu. Angebot heute 2 Euro teuer. Guck mal, sie kauft es sofort. Ich lese euch wie ein Buch. Ich lese... Ah, warte mal, Toilettenpapier? Ah, okay, Toilettenpapier ist too expensive. Okay, dann gehen wir einen Euro runter einfach. Gehen wir einfach nochmal einen Euro runter. Warte mal, ich hab den doch 2 Euro billiger gemacht. Die findet den immer noch zu teuer? Ja, dann geh doch in einen anderen Supermarkt. Puh? Für die Kaffeesüchtigen? Das ist ja bodenlos. Dann geh doch halt in einen anderen Supermarkt. Mach doch. Mir doch egal. Okay, Chat, wir machen gleich einen Großeinkauf wieder, ja? Also, wir brauchen Mehl. Toilettenpapier haben wir jetzt aufgefüllt. Die Eier, Alter, die Eier gehen auch krass weg, ne? Die haben sie bis jetzt gar nicht mehr gekauft, warum auch immer. Aha, Mr. Reich nimmt 2 Toiletten, 3 Toilettenpapiere mit. Öl. Okay, der hat einen fetten Einkauf. Ich glaube, der hat einen fetten Einkauf bei uns. Oh, ja. 138 Dollar und sogar passend. Sie, Sir, Sie sind geil. Ja. Sie sind geil. Das ist ja ein richtiger Corona-Einkauf. Ja, die Leute hamstern hier tatsächlich. Ey, das wäre aber, das fällt mir gerade mal so auf, ne? Wäre das nicht auch eine voll geile Sache für das Fullgame? So, so Ausnahmezustände, wo dann dein Laden so förmlich eingerannt wird, weil Leute hamstern wollen? Das fände ich auch geil. Was natürlich, also es muss natürlich sehr selten passieren, weil sonst wäre es ja langweilig. Aber das wäre cool, oder nicht? Wenn dann so richtig so, so die Leute so reingerannt kommen und dann brauchst du auch so Securities und so praktisch. Wann, was hat der gerade gesagt? Ist so teuer? Die Handseife? Ja, dann geh doch, Pisser. Neues iPhone in deinem Laden? Oh, das wäre nice. Also ich habe gesehen, man kann ja auch einen Online-Handel aufbauen, ne? Also, weiß jetzt nicht, ob man da vielleicht auch so Elektronik-Sachen verkaufen kann, aber anscheinend Fahrräder und so ein Shit. So ein Party-Bus wie bei einem Tankstellensimulator? Ja, genau sowas. Ja, also war es das für heute? Ah, das war es. Kommt, glaube ich, keiner mehr. Ist zu spät geworden. Ach, da geht er nach Hause, ne? In die wunderschöne dunkle Nacht. Okay, Chat, also, wir haben jetzt 650. Sehr geil. Also, Chat, was brauchen wir? Ganz kurz brainstormen. Also, wir brauchen Toilettenpapier, würde ich sagen, sogar können wir noch eine Ladung bestellen, ist nicht wichtig. Können wir aber machen. Nudeln haben wir auch noch. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Also, warum auch immer sind die nicht gut weggegangen. Bis jetzt. Komm, machen wir vielleicht auch mal ein bisschen billiger. Kann natürlich auch sein, dass es einfach daran liegt, sodass die Leute das gerade einfach nicht so sehr benötigen, aber die wurden gar nicht gekauft heute. Nicht eine Flasche ging weg heute. Wir brauchen Mehl. Candy, Mehl, Handseife. Stimmt, Handseife brauchen wir. Also, fangen oben an. Mehl. Genau, wir brauchen Mehl. Bestellen wir auch am besten sofort zwei, weil Mehl wollen die immer haben. Wasser. Wollten wir noch eine Ladung kaufen? Ähm, Serials wollten wir noch eine Ladung kaufen. Shampoo. Ist das Shampoo auch leer? Oh ja, stimmt. Das Shampoo ist auch leer. Kann das gut an das Shampoo? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Aber anscheinend, ne? Äh, Candy. Habe ich schon Candy? Brauchten wir noch was Candy? Ja, tatsächlich auch komplett weggekauft, ne? Das war nur diese nur diese eine Frau. Dann ist das Candy weggekauft. Nur diese eine Dame. Okay. Ey, haben wir noch Chips? Oh mein Gott. Wir haben die allerwichtigste, das allerwichtigste haben wir nicht mehr. Wir haben auch keine Milch mehr. Okay, ich würde sagen, wir holen uns noch Chips. Ey, was ist mit Tuna? Vielleicht mal was Neues. Ich wollte gerade sagen, Tuna ist das Einzige, was wir bis jetzt noch gar nicht verkauft haben, ne? Sonst haben wir alles verkauft schon. Tuna. Komm, wir kaufen mal Tuna ein. Das hatten wir noch nie. Ist aber auch ziemlich teuer, ne? Guck mal, 78 Dollar. Sind natürlich auch 16 Stück. Das ist ziemlich viel. Wie sieht's mit Öl aus? Haben wir noch Öl? Öl haben wir noch sehr viel. Ey, guck mal, da stocke ich volles Rohr auf, ne? Und dann wollen sie plötzlich kein Öl mehr haben. Und schon wieder Eier. Eier wollen sie auch auf jeden Fall wieder haben. Die Eier sind einfach krass angesagt, ne? Aber Eier gehen auch immer, ne? Update, ich kann immer noch nicht schlafen. Das ist natürlich problematisch. Kommt aber in den Kühlschrank. Bedenke. Stimmt, die Tuna kommt in den Fridge, ne? Ist da noch genug Platz? Ja doch, wir haben ja gerade keine Milch, ne? Wobei wir eigentlich auch... Komm, scheiß drauf, Mann. Wir kaufen den ganzen Shit und wir gucken einfach mal, was dann da... Also, was reinpasst. Wenn nicht reinpasst, dann warten wir einfach. So, Chats. Finish Day. Okay, sehr gut. Nice. So, die... Oh, die Seife ist billiger geworden. Oh, nein. Und das Wasser auch. Oh, es ist viel billiger geworden, das Wasser. Scheiße. Was machen wir denn da? 3,49 Euro. Das wollen die bestimmt nicht mehr haben für den Preis, oder? Wobei, das sind 49 Cent mehr. Ja, doch. Es könnte trotzdem noch gut ankommen, vielleicht. Und die Seife ist auch billiger geworden. Ja, könnte noch klappen. Ist ein Euro mehr. Könnte aber auch knapp werden. Ach so, scheiße. Ich habe noch gar nicht bestellt. Das Game macht mir ein bisschen zu viel Spaß. Ja, hey, das ist auch einfach geil. So, Chats. Fette Bestellung mal wieder heute. Alter, da kommen die... Die können ja sogar umfallen. Krass. Richtige Physik. So, Candies. Würde ich sagen, machen wir hier hin. Boah, Chats. Wenn wir dann unseren richtigen Supermarkt haben, ne? Im Full Release, ne? Ey, wir müssen so richtige Abteilungen machen. Boah, ich habe da richtig Bock drauf, ne? Wir machen uns so richtige Abteilungen. So Süßigkeitenabteilungen. Da gibt es dann Shampoo und so Verpflegungsscheiß. Äh, Süßigkeiten generell, ne? Und dann so eine Getränkemarktabteilung. Geil, Mann. Sehr nice. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und der Supermarkt wird immer voller auf jeden Fall, ne? Gefällt mir. Es sieht immer mehr nach einem richtigen Supermarkt aus und nicht so leer. So. Ich hoffe... Ja, es war klar, dass das nicht passt. Es könnte aber trotzdem funktionieren. Display Full. Echt jetzt? Ja. Ich hoffe, dass noch die Tuna reinpasst. Bin hyped. Chat, wir sind einfach hyped auf einen Simulator, wo man einen Supermarkt baut. Ist schon geil eigentlich, ne? Ist schon... Ist schon sehr nice. So. Ich muss mal, glaube ich, ganz kurz Stula rauslassen, glaube ich. So. Die Chips. Boah, uns geht der Platz aus. Wir brauchen, glaube ich, langsam... Oh, oh, oh. Wir haben keinen Platz mehr. Wir brauchen ein neues Regal. Oh, shit. Okay, vielleicht wäre die nächste Investition ein neues Regal, bevor wir den Laden komplett ausbauen. Nein, ich kann... Doch, hier. Ach, stimmt. Das muss ja hier rein, ne? Oh, yeah. Neu im Angebot Tuna. Oh, Chat, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Guck mal, richtig schön voll. Ich meine, hier die Seife fehlt jetzt noch, aber ist jetzt nicht so wichtig. Und da unten ist noch ein Platz frei. Schade auch, dass man nicht die einzelnen Sachen wieder rausnehmen kann. Ist ein bisschen umständlich. Ich glaube aber, das liegt einfach daran, dass es eine Demo ist. Ich hoffe, im fertigen Spiel ist es anders. So, jetzt müssen wir uns einen guten Preis überlegen für die Tuna. Die Tuna kostet 9,29. Was machen wir an da, Chat? Mein innerer Monk möchte das jetzt gerne umsortieren. Ja, das geht leider nicht, Violett. Man muss dann erst das Produkt kaufen und dann kann man erst irgendwie Dinge umstellen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden. Ja, also ich kann die nicht leider einzeln rausnehmen und dann irgendwo anders hinstellen. Das ist ein bisschen schade. Hast du nicht Eier noch bestellt? Hä, stimmt, wo jetzt du es sagst? Sind die vom Transporter gefallen? Wo sind denn die Eier hin? So 10,49, 10,99 sagt ihr. 10,49 so als Einstieg. Müssen wir jetzt mal gucken, ob das... Ich meine, im Endeffekt ist es natürlich immer einfach ein Ausprobieren. Im Endeffekt so, entweder die Leute kaufen es oder sie kaufen es halt nicht. Und dann kann man ja immer noch den Preis verändern. Ist jetzt nicht so wichtig. Warte, lass mal ganz kurz gucken. Wie teuer sind die Eier? 2, 1... Ey, sollen wir die mal ein bisschen teurer machen? Wir kriegen nur 1 Dollar Profit davon. Ey, sollen wir mal 2,99 versuchen einfach? Da machen wir 1,50 wenigstens. Wir machen so wenig Profit damit. Kann man den Mülleimer nicht nach drinnen stellen? Ich glaube, den kann man nicht um... Ne. Ich finde, ich liebe es auch, dass der einfach so unendlich ist. Okay, Judd, ich mach mal ganz kurz den Laden schon mal auf. Pass mal ganz kurz auf. Ich muss ganz kurz Jula rauslassen. 3, 2, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 1. 4, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2. Okay. Also mich würde es nicht wundern, wenn, ich sag jetzt mal gleich so in fünf Minuten Jula wieder die Tür eintritt. Das würde mich jetzt nicht wundern. Oh, endlich gehen die. Ja, das ist eine sehr gute Wahl, junge Frau. Boah, und da wird das Toilettenpapier wieder richtig fett eingekauft. Anni, die kriegt nur zwei. Alter, ich hätte ja fast jetzt 20 Dollar zurückgegeben. So, sie will Cake haben. Alter, das ist so krank, wie die teilweise einfach dieses Toilettenpapier reinfahren, ne? So, wir brauchen hier noch einen Preis, ne? Machen wir 10,99, Jax. Gucken wir einfach mal. 10,99. Aber ich kann nicht schreiben, warum auch immer. 10,99. Gucken wir einfach mal, was die Leute dazu sagen. Entweder wir machen gut. Ja, machen wir als 10,90. Ist auch okay. Gucken wir einfach mal, ob das gut ankommt. Wir brauchen auf jeden Fall auch neues Toilettenpapier. Guten Tag. Geh weiter her. Ey, den hab ich doch. Die sind doch neu. Die, oder? Hab ich total den Schlag. Ich, ey. Das sind doch neue. Hier sind doch neue NPCs dazu gekommen, seit dem letzten Mal, oder nicht? Bup, bup. Dankeschön. Beehren sie uns bald wieder. Äh, was wollte ich jetzt nochmal kaufen? Toilettenpapier, ne? Toilettenpapier. Das kommt immer gut an. Eigentlich können wir auch sofort zwei holen, weil wir brauchen die so oder so. Ne, die sind neu. Das ist schon krass. Also, ich weiß nicht, ob dann, muss ja dann irgendwie ein Peanutbutters too expensive. Ach, halt's Maul. Äh, vielleicht kam ja irgendwie ein Update raus, oder so, weil ich nicht mitbekommen habe, was ich irgendwie von selbst aktualisiert hatte, wo ich jetzt nicht gestreamt hatte. Kann ja sein. So. Jetzt, also jetzt haben wir sehr viel zu... Chat. Also, ist das wirklich, ist das so eine Sache? Ist das wirklich so eine Sache, dass die Leute einfach so viel auf Klo gehen? Also, so, so, so viel? Ist das so viel und dringend? Das ist ja, also, faszinierend. Alter, das Toilettenpapier geht weg. Wie, wie, wie weiß ich nicht was? Ich, ich muss sofort wieder Neues bestellen. Sofort wieder Neues bestellen. Das sind, das sind Toilettenpapier-Junkies in diesem Spiel. Was machen die damit? Was machen die damit? Rauchen die die? Da wird die Schüssel gesprengt. Na ja, okay, Chat. Wenn wir mal ganz kurz, ne? Also, analysieren wir jetzt mal ganz kurz die Einkäufe unseres Customers hier, ja? Also, im Endeffekt macht es schon irgendwie Sinn, dass sie so viel Toilettenpapier brauchen zu Hause. Also, wobei die wahrscheinlich eher Verstopfung haben alle, aber, ähm, ja, das, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt dann auch nicht. Bei diesen Einkäufen, die die ja tätigen bei mir. Vielleicht haben die auch eine Pandemie. Das kann gut sein. Wie viel Gewinn machst du beim Toilettenpapier? Eigentlich sehr viel. 17 Dollar. Junge, ich bin einfach irgendwie 5 Euro über dem Marktpreis und die Leute kaufen das... Ey, vielleicht machen wir das noch ein bisschen teurer. Alter, die kauft schon wieder 4. Da! Chat, das ist zu billig. Das ist, das ist zu billig. Guck, guck dich das an. Die kaufen gar nichts zu essen mehr. Das ist der Klopapier-Wahnsinn. Die kaufen einfach gar kein Essen mehr bei mir. Die wollen nur noch... Ich kann auch keinen Klopapiershop aufmachen. Die, die wollen alle nur noch Klopapier. Ich fasse es nicht. Ja, also wir müssen das Ding... Also wir müssen die auf jeden Fall teurer machen. Also... Die haben alles weggekauft. Ist das krass. Die kaufen das und dann verkaufen sie das für noch mehr Geld. Wahrscheinlich, ja. Eddie, mach's dir gemütlich und pass auf dich auf. Und Talia, schlaf gut. Das ist ja übel krass. Hast du jetzt mal getestet, was passiert, wenn man ein falsches Rückgeld gibt? Also du meinst, wenn... Wenn man denen zu wenig zurückgibt... Ähm... Warte, ich guck jetzt mal. Also, wir geben dem einfach mal einen Dollar zurück. Ja, okay. Es geht einfach nicht. Also du kannst dann einfach nicht abrechnen. Boop, 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 boop. Okay, Chat. Also... Gehen wir jetzt nochmal? Also 40 wird zu viel sein. Ey, wenn die das jetzt noch kaufen, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, Peanut Butter ist too expensive. Kauf doch Toilettenpapier, mein Bester. Du brauchst Toilettenpapier bei diesem Einkauf. Okay, der Cleaner ist too expensive. Kauf Toilettenpapier. Ah, da kauft er sich erstmal ein Frust-Shampoo. Weil er sich das nicht leisten kann. Den Cleaner. Oh, er holt die Tuna. Oh, ich glaube, das ist unser erster Typ, der Tuna kauft. Drei Stück sofort. Wow. Nice. Das nenne ich mal ein guter Verkauf. Toilettepaper ist too expensive. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Wir gucken mal, ob das so bleibt. Vielleicht kommt ja noch jemand anders rein und sagt, ah, nee, also die 40 Euro sind es mir wert fürs Toilettenpapier. Ja, das ist ein sehr trauriger Einkauf, Liebelein. Da wird nur Eier und Wasser gekauft. Ich bin gespannt, wie in ein paar Tagen die Relays-Version aussieht. Ich auf jeden Fall auch. Ich hoffe, dass das kein Reinfall wird. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Wir machen richtig gut Umsatz. Also richtig gut gerade. Guck mal, alles ist noch voll. Wir haben so viel Umsatz. Komm, kauf das Toilettenpapier. Ja. Nein. Mist. Er kauft Eier. Geht zum Toilettenpapier. Du brauchst es. Ich weiß, dass du es brauchst. Ja. Nach diesem Müsli brauchst du Toilettenpapier. Okay, vielleicht ist es zu teuer, Chats. Eben haben sie uns den Laden eingerannt. Vielleicht lassen wir das einfach so. Ah. Ah. Die verarschen mich. Die verarschen mich. Was hatte ich hier nochmal, Chats? 36, ne? Okay, wisst ihr was? Machen wir ein bisschen mehr einfach. Machen wir mal 37. Wir müssen uns da ganz langsam rantesten. Was die Leute dafür ausgeben würden. Okay, sie will Pasta haben. Hier wird wieder Peanut Butter heute nachgefressen. Mehr gibt es nicht. Wenn das mal so aussehen wird wie das Store Thumbnail, wäre das nice. Aber eher nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe es, man. Also es wäre so geil, wenn man einen richtig großen Supermarkt aufbauen könnte. Auch so mit richtig vielen, mit so verschiedenen Kassen. Mit so verschiedenen Kassen und so. Und, ne, also dass du so fünf Kassen hast. Und dann auch so Leute hast, die da richtig dann die Regale auffüllen. Das wäre halt ein Traum, ne? Wenn man das irgendwann so richtig automatisieren könnte. Das wäre krass. Okay, also sie hat drei Stück mitgenommen. Wir sind bei 993 Dollar. Also angesichts der Umstände, ähm, könnt ihr mich nun Mr. Reich nennen. Oder eher gesagt uns. Als Ladeninhaber. Okay, Tuna ist, uh, Tuna ist teurer geworden. Und Mehl auch. Boah, sehr viel teurer. Das, äh, freut einen natürlich. Und Tuna auch. Machen wir, machen wir sofort mal einen Euro teurer dann. Wollten wir nicht noch, äh, wollten wir nicht noch einen Pack kaufen? Äh, wir wollten sowieso eigentlich die, die Erweiterung kaufen, ne? Sagt dir King of Retail etwas. Ja, Moonlight, ich hab das jetzt die letzten Tage ein bisschen eingespielt gehabt. Ähm, leider muss ich aber sagen, also das Spiel ist cool, aber es macht mir nicht so viel Spaß wie der Supermarkt im Monat. Ich find den hier wirklich viel besser irgendwie. Weiß auch nicht. Fisch dir einen wunderschönen Abend. Da gab's doch dieses Game, wo man aus der Vogelperspektive Imperium aufgebaut hat. Dachte mir damals schon, dass es in First Person und ich liebe es. Ja, das ist es halt. Also, ich find das Spiel hier ist so, wie es ist, wirklich perfekt. Wenn sie das jetzt noch umgesetzt bekommen, dass man einfach den Laden wirklich immer größer, immer mehr Sortiment und wie sie das ja selber auch angekündigt haben mit nem Online-Store und keine Ahnung was. Wenn das wirklich so ist, dann ist das das perfekte Game für mich. Ja. Dieses, äh, King of Retail und so, wie gesagt, ich hab das jetzt auch ein paar Stündchen getestet gehabt und das, das war nicht so, es ist okay, es ist lustig, aber es ist nicht, es macht mir nicht so viel Spaß wie das hier. Warum auch immer, das hat hier einen richtig krassen Suchtfaktor für mich. Also, keine Ahnung. Oh, wir haben sehr viele Rechnungen auch noch zu bezahlen, aber das geht schon, Schatz. Das geht schon. Wir sind jetzt reich. Also, wir können jetzt. Machen wir das? Machen wir das jetzt, bevor wir den Laden... Wobei, wisst ihr was? Ich glaube, wir holen uns erst die Ladenerweiterung. Komm mal, die kostet 150. Okay, ich hab die jetzt gekauft. Lol. Hä, wie geil. Äh, okay. Nice. Chatz. Unser Laden ist jetzt schon mal ein ganzes Stück größer. Warte mal, das machen wir hier so richtig schön in die Ecke. Ach du Scheiße, was ist denn das? Wir machen das hier so richtig schön in die Ecke und dann machen wir die einfach daneben. So, zack. Ist ja cool. Unser erstes Laden Upgrades. Wie geil. So, das kommt auch noch da hin. Cool. Ey, das ist ja übel geil. Guck mal, dann machen wir uns hier einfach noch einen Kühlschrank in die Ecke. Lass mal ganz kurz gucken. Storage. Ne, nicht Storage. Wo konnte man nochmal diese... War das bei Markets? Ah, hier. Okay, ich würde sagen, wir holen uns einfach einen Fridge holen wir uns. Und wir holen uns noch ein Regal. Investieren wir mal richtig in unseren Laden, so an Größe. So, ganz kurz da hin. Okay, da... Es wäre cool, wenn man noch so Pflanzen haben könnte und dann zum Beispiel halt so... Ich sage jetzt mal hier so kleine Bereiche halt irgendwie zu decken. Aber ist nicht so schlimm. Können wir das so quer machen? Ja, das ist cool. Ja, so ist cool. So ist nice. Wir machen das so ein bisschen quer rein in die Ecke. Und dann machen wir den ein bisschen weiter versetzt. So ein bisschen. Oder können wir den vielleicht auch so... Ah, das geht da nicht, weil die sich überschneiden. Ah, das ist natürlich kacke. So ist cool. So ist nice. Hast du mal Prison Simulator gezockt? Äh, ich glaube ja. Aber das ist schon lange her. Jetzt sieht unser Laden so nackig aus. Äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ja, ich meine, im Endeffekt ist ja klar, ne, dass der jetzt erstmal so ein bisschen nackig aussieht. Wir können... Sollen wir sofort noch eins holen? Ach komm, scheiß drauf. Was soll der Geiz? Holen wir uns noch ein Regal. Dann sieht's ein bisschen voller aus. Ich meine, Big Ambitions. Das hab ich auch mal ausprobiert gehabt damals, wo das rauskam. Okay, Chats. Ist so okay? Ja, so ist okay. Ich meine, ist halt jetzt leer, ne? Wir müssen jetzt natürlich erstmal aufhören. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal daran, einfach Sachen zu bestellen. Plant, pass auf dich auf. Hab einen schönen Abend. Okay, was wollen wir denn noch in unserem Sortiment haben? Wir brauchen Toast. Seht ihr noch irgendwas, was wir brauchen? Toast. Mehl haben wir noch. Toast, Toilettenpapier. Toast, Toilettenpapier auf jeden Fall, wäre schon mal eine Sache. Toast und Toilettenpapier. Würde ich sogar sagen... Ja, holen wir... Doch, Toilettenpapier muss eigentlich sein. Kaffee. Kaffee. Und Nudeln. Pasta. Seife auch noch. Okay. Chips. Warte mal, hatten wir noch Chips? Chips haben wir tatsächlich sogar noch ziemlich viel. Das sieht gut aus. Also, wir haben... Bread, Toilettenpapier, wir haben den Kaffee, wir haben die Pasta und die Hand... Ja, das ist eigentlich okay so, oder? Panda, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ey, Chad, wisst ihr, was mir gerade mal auffällt? Eigentlich ist das auch das perfekte Game einfach für unseren Countdown. Also, wenn das Spiel dann komplett draußen ist. Guten Abend zusammen mit den Subs, damit ihr dann den Stream so verlängern könnt. Panda, ich danke dir nochmal von Herzen für die 15 Monate. Weil ich meine, das ist ja auch so ein Spiel, das kannst du ja gefühlt unendlich spielen. Das ist wirklich eigentlich sehr cool, auch für so Nerd-Streams. Okay, ich kaufe mal einen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Panda. Oh, der Amazon-Lieferant hat aber hier wirklich sehr gut gestapelt. Danke dir für die 15. Jetzt wird erstmal eingepackt. Stream verlängern. Ja, wir hatten doch die letzten Nerd-Streams. Also alle Twitcher-Streams hatten wir das ja. Und was haben wir nochmal gespielt? Pile World, starten wir das ja auch. Da habe ich ja so einen Countdown einfach gemacht gehabt, damit die Zuschauer einfach so, ne? Ich habe so gesagt, so, yo, ich hätte jetzt Bock, so noch so eine halbe Stunde zu spielen. Wenn ihr aber möchtet, könnt ihr mich supporten. Und dann mache ich einfach noch ein bisschen länger für jeden Sub halt. Ja, und das war eigentlich echt immer sehr cool, so, weil, wie gesagt, ne, für mich ist es natürlich ein super Support. Die Leute freuen sich, da ich dann noch ein bisschen länger streame und eigentlich, war eigentlich immer, war irgendwie eine coole Idee. Also hat gut funktioniert die letzten Male. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Brot oder Toast. Das ist natürlich jetzt wieder asozial, ne, dass das da nicht mehr hinpasst, sondern das jetzt alleine in ein Regal muss. Das ist schon bodenlos. Ist eine Win-Win-Situation. Genau, genau, es war einfach eine Win-Win-Situation. Ne, also, im Endeffekt wollte ich das natürlich jetzt auch nicht immer machen, weil, ja, wie gesagt, ich will ja auch normale Gaming-Streams haben, ohne jetzt irgendwie einen Zeitdruck zu haben. Aber irgendwie fand ich das eigentlich ganz cool halt, ne? Weil ich habe dann immer gesagt, so, yo, ich hätte jetzt Bock, noch so eine halbe Stunde zu zocken oder eine Stunde. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr einfach ein paar Subs da lassen. Einfach als krassen Support. Und, ja, dann geht der Stream einfach noch ein bisschen länger halt. War eigentlich irgendwie eine coole Sache. Okay, Chad, wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir müssen leider die Cleaner ein bisschen runter machen. Ja, die sind nämlich billiger geworden. Das ist leider jetzt auch ein bisschen enttäuschend, aber ist eben einfach so. Ich würde mal sagen, wir machen den Laden erstmal auf. Und, ach, guck mal, der ist jetzt, ach, das ist jetzt auch hier, ach, der verändert sich auch richtig von draußen. Wie geil. Was war in der Erweiterung drin? Wir haben noch nicht die Erweiterung gekauft. Die war zu teuer. Die hat 450 gekostet. Ich habe jetzt erstmal nur die Ladenerweiterung geholt. Du meinst das Medium-Pack, Chad. Wir bekommen Cola. Wir bekommen Zap, was auch irgendwie eine Soda ist. Wir bekommen Cheese. Wir bekommen Whisky und Wein. Alter, dann haben wir Wein, Whisky, Toilettenpapier. Eigentlich fehlen uns noch Kondome. Dann sind wir fucking reich. Das sind die Sachen einfach, die alle kaufen. Kannst du mit einer leeren Kiste etwas aus dem Regal holen? Äh, nee. Das muss immer das gleiche Produkt sein, soweit ich das jetzt verstanden habe. Leute, kauft Klopapier. Wir brauchen Geld. Genau. Ich habe die Kartons einfach auf den Boden gestellt. Das ist auch eine Idee. Weinumsatz einfach gleich 3000. Okay. Ein neuer Tag beginnt in unserem, tatsächlich, Candy is too expensive. Echt jetzt? Warte mal, wie, wie, warum? 3,99. Ach, Alter, ich mache doch schon so wenig Umsatz damit. Die, also die wollen mich hier wirklich ausziehen, Schatz. Mein letztes Hemd nehmen die mir. Hast du Tipps gegen Liebeskommayashi oder einfach ein, äh, oder einfach, äh, oder einfach Zeit heilt Wunden? Ähm, Aved, Zeit heilt Wunden, auch wenn man das nicht gerne hört. Aber es ist leider eben einfach ein Fakt. Äh, manche sagen ja auch, man gewöhnt sich an den Schmerz. Das darf irgendwie jeder für sich selber natürlich entscheiden. Ähm, aber ja, es braucht sehr viel Zeit. Liebeskommay braucht sehr viel Zeit. Es gibt Menschen, die können damit besser umgehen. Andere brauchen da viel länger für. Äh, ich kann nur sagen, oder was ich dir ans Herz legen kann, ist Annahmen. Äh, das ist das befriedigendste, befriedigendste, ja, äh, was man, was für Bottle Water ist zu teuer? Halt die Fresse. Ähm, das ist eigentlich so das Beste, was man generell in den meisten Lebenssituationen, äh, machen kann. Denn, ich sag jetzt auch mal gerade beim Liebeskummer oder so, äh, das ist eine Situation, da kannst du ja gegen ankämpfen, da kannst du heulen, da kannst du schreien, da kannst du deinen Fernseher eintreten. Es wird sich nichts an der Situation ändern. Und, ähm, deswegen finde ich, ist das eine sehr gute Lebenslektion, um für sich selber zu lernen, Dinge anzunehmen. Ne, also anzunehmen, dass das eben so passiert ist und du kannst nichts daran ändern. Es ist halt eben einfach so passiert, ja. Das Leben hat gemacht, was es eben so tut. Und, ähm, man kann natürlich niemanden zwingen, in seinem Leben zu sein, ne. Das muss man auch immer ehrlich dazu sagen. Und dazu kommt, wie gesagt, es braucht Zeit. Lauchbär, ich danke dir auch noch von ganzem Herzen für die 250 Bits. Was seht ihr denn bei den Augen hier? Dankeschön für die bezahlten Überstunden, mein Bester. Haben wir auch schon wieder zwei Uhr. Äh, fühl dich wirklich umarmt, Lauchbär. Dankeschön. Chat, dankeschön generell wieder für den Support. Ähm, das bedeutet mir viel. Danke euch. Oh, da wird die Thune eingepackt. Aber holler. Einfach Zwillinge. Wow. Äh, bedeutet mir sehr viel. Also wirklich Dankeschön, Chat, für alle verschenkten Subs heute und so. Also, ja, ist immer, ist immer ein krasser Support. Gerade wenn ich mehrere Tage dann nicht gestreamt habe oder so, ne. Ist ja klar, da fallen immer sehr viele Subs weg und so. Also ich danke euch da wirklich sehr. Danke euch. Ich fand das in den VODs immer lustig, wie du am Anfang so sagst, ja, wir spielen so eine Stunde und das VOD dann so zweieinhalb Stunden. Ja, ja, das, das ist, äh, ja, ja. Ja, 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 ja. Da, da machst du nix, ne. Oh, yeah. So, Chat, ihr müsst übrigens ein bisschen ein Auge, mach mal hier Fernglas. Das, äh, schmeiß mal ein Auge darauf, was die Leute benötigen. Also, weil die sagen das ja dann auch meistens, was sie haben wollen in unserem Laden. Alter, die bezahlt wieder mit einem 100, Hanne. Ist das frisch. So, auch schon wieder Zwillinge einfach. Okay, sie will wirklich Cake haben. Okay, Chat, also ich tue das jetzt nicht gerne, ne. Also wirklich, also gar nicht gerne tue ich das. Aber, äh, irgendwie gibt's ja dann doch irgendwie die ein oder anderen Leute. Und der Cake ist sogar im Preis runtergegangen. Ja, ne, wir kaufen's nicht. Scheiß drauf. Jetzt, jetzt würden wir noch weniger Umsatz machen. Noch weniger. Wir sagen Nein zum Kuchen. Ja, also, ne, also das macht gar keinen Sinn. Wir kaufen erst Kuchen, wenn, wenn's Plus gibt's. Also, wirklich Plus gibt's. Jetzt muss ich gefühlt noch obendrauf zahlen für diesen Scheißkuchen. Das mach ich nicht. Ja, also, das ist ja komplett für den Finarsch. Deine Streams sind beisam für meine Seele. Marie, ich danke dir von Herzen. Das, das freut mich sehr. Dankeschön. Und vielleicht kommt jemand, der zu dir besser passt. Er hatte vor einer Teil, für eineinhalb Morgen auch ne schwer, Morgen, Jahren, auch ne schwere Trennung durchgemacht. Jetzt hab ich jemanden kennengelernt, der morgen auch auf meinem Geburtstag kommt. Und ich glaube, dass ich mich mit ihm einfach viel besser kommunizieren kann. Ähm, das stimmt, ja. Im Endeffekt, im Endeffekt gibt es so viele Menschen auf diesem Planeten. Und du wirst dich mit so vielen Menschen so gut verstehen. Tuna ist, ist too expensive. Halt's Maul. Ähm, ne, also das ist, keine Ahnung. Es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten. Du wirst schon niemanden Neuen kennenlernen. Wenn du das überhaupt möchtest. Es gibt ja auch viele Menschen, die sind froh darüber. Einfach hier Ruhe zu haben. Und auch das ist natürlich vollkommen okay. Ey, die wollen alle Cake haben. Warum wollen die denn alle Kuchen haben? Ich will keinen Kuchen kaufen. Kuchen ist scheiße. Ich will keinen Kuchen. Ich werde mir so Schilder machen einfach in meinen Laden. Keinen Kuchen. Vielen Dank für die tolle Zeit. Hier versuche so oft, wie es geht, hier zu sein. Schwarzes Herz. Ey, Sally, das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Und Chad, wisst ihr übrigens, was gerade wieder passiert? Ich kriege noch eine, also wieder so ein Ding an meinem Auge. Ich habe es ja schon an meinem rechten Auge durchgehend gefühlt. Aber jetzt kriege ich es auch wieder am linken Auge. Bald wieder beide Augen so. Wird wahrscheinlich jetzt gerade wegen der Psyche sein. Riecht Bock drauf auf jeden Fall. Sally, ich danke dir von Herzen für die sieben Monate auch noch. Und das um zwei Uhr morgens für diesen Support. Dankeschön, dass du mich und meinen Laden unterstützt. Fühl dich umarmt. Ich danke dir von Herzen. Dankeschön. Kuchenschnüffler verboten. Cake bringt uns, ey. Aber Cake ist komplett für den Arsch. Lachs Schlafgut. So, Chad. Habt ihr schon irgendwelche Utensilien, die wir noch einkaufen müssen? Ich sehe, Peanut Butter. Oh, ne, Chips haben wir noch. Peanut Butter brauchen wir neu. Und Shampoo brauchen wir neu. Ich wollte eigentlich früher schlafen gehen, aber ja, das hat nicht so gut funktioniert jetzt, ne, mit dem Supermarkt ja auch wieder. Ja, Chad, es geht sehr schnell, ne. Also ich war jetzt auch sehr spontan, da ich dann heute noch live gekommen bin, weil ich lag im Bett und ich dachte mir so, boah, Alter, das geht nicht klar, Mann. Es ist so scheiße, nichts zu machen, wenn es einem nicht gut geht und einfach nur rumzukracken. Chips in 2x Pencil? Warte mal, was? Bist du arm? Also ich finde, das geht noch vom Preis her. Ja, kauf dir mal lieber dein Wasser, du Arsch. The cake is a lie. Raus mit dem Kuchen. Raus mit dem Kuchen. Ey, wieder Kuchen. Chad, die verschwören sich gegen uns. Die wollen alle, also warum? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Warum wollen die denn alle, also das, äh, finde ich aber so nicht okay. Josie, haben wunderschönen guten Abend. Hey. Haben wir eigentlich noch Wasser? Ja, doch, haben wir noch. Wollte gerade sagen. Weil Wasser kaufen die eigentlich auch ziemlich viel ein, habe ich so das Gefühl, oder? Warte mal, Alter, was habe ich denn da gerade gerechnet? Das ist ja viel zu wenig. Die, die wollen, dass wir bankrott gehen. Die gönnen uns einfach keine Kohle, Chats. Okay, der will Kaffee haben. Wir haben keinen Kaffee mehr, Chats. Also, Kaffee brauchen wir. Peanut Butter. Shampoo. Notieren, Chats. Das brauchen wir. Toilet Pampa, äh, Pampa. Toilet Pampa ist too expensive. Ja, komm, gehen wir mal einen Euro runter. Vielleicht freuen sie sich dann und kaufen uns wieder die Bude wieder weg. Gucken wir einfach mal. Dann haben wir einen Kack Kuchen und dann will den keiner haben. Und genau das ist es nämlich. Dann kaufe ich jetzt diesen Scheiß Kuchen. Und im Endeffekt kaufen die den dann nicht mehr. Ich bestelle ihn hier beim Großlieferanten und dann habe ich den hier stehen und dann kauft ihm wieder keiner. Die Arschgesichter. Ich bin ja jemand, der es nicht einsieht, Wasser zu kaufen, wenn es aus dem Hahn kommt. Einfach noch Sprudelmaschine und gut ist. Ja, die Sache ist, ich finde immer, es kommt halt darauf an, wo man herkommt halt, ne? Wir zum Beispiel, ich mag unser Leitungswasser gar nicht, was aus dem Hahn kommt. Und das ist, also wir haben ein sehr altes Haus und oder Wohnung und das Wasser schmeckt total verkalkt mäßig. Und ich trinke das gar nicht gerne und deswegen kaufe ich mir einfach Wasser. Bei meinem Papa zum Beispiel, der wohnt ein bisschen weiter weg so, der hat richtig geiles Leitungswasser. Also bei dem trinke ich auch jedes Mal Leitungswasser und das ist übel lecker. Und ich mag das voll gerne. Aber bei uns, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so, trinke ich nicht so gerne. Okay, Tag ist zu Ende. Also, wir haben sehr viel Toilettenpapier. Ich hoffe, das wird morgen mal ein bisschen weggekauft. Ja, vielleicht ist 36,99 Euro besser. Mal sehen. Wenn nicht, gehen wir noch einen Euro runter. Also, Shampoo. Chat, was brauchen wir? Shampoo brauchen wir. Wir brauchen, brauchen wir Cleaner noch? Wir haben drei Cleaner. Ja, eigentlich brauchen wir auch Cleaner, würde ich sagen. Aber die sind, ah, die sind im Preis gefallen. Das ist nicht gut. Kaffee und Peanut Butter. Kaffee, 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 Kaffee. Wollen wir nochmal einen Kaffee? Kaffee, 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 Kaffee. Da haben wir einen Kaffee. Peanut Butter haben wir da. Sehr gut. Okay, ich überlege gerade. Lass mal ganz kurz schauen, ob wir Rechnungen bezahlen müssen. Builds. Okay, wir haben alle bezahlt. Das ist sehr gut. Alter, das nächste Paket kostet 475. Ich überlege gerade, ob wir nicht noch einen Tag machen und es dann erst kaufen. Und jetzt nochmal richtig fett aufstocken. Vergiss den Kuchen nicht. Ja, aber der Kuchen ist kacke. Ich meine, es kann halt sein, dass der morgen nicht mehr im Preis runter ist. Ja, okay, ich hole Kuchen. Okay, Chat, ich hole Kuchen. Wenn der jetzt morgen nicht weggekauft wird, dann spreng ich deren Häuser. So, was brauchen wir denn noch? Toilet Paper haben wir. Brauchen wir noch Seife? Ne, Seife haben wir auch noch. Pasta haben wir auch noch. Wir haben sehr viele Eier noch. Peanut Butter, Chips. Was fehlt mir denn jetzt noch? Candy. Haben wir noch Candy? Candy haben wir sogar noch viel. Öl? Öl könnten wir nochmal neu kaufen vielleicht. Das Mehl ist im Preis nach oben gegangen. Vielleicht holen wir uns noch ein bisschen Mehl. Der Preis ist hochgegangen. Wurde viel Mehl gekauft heute? Hat das zufällig irgendjemand mitbekommen? Vielleicht holen wir noch ein bisschen Mehl. Was ist das grüne Shampoo? Haben wir noch kein Shampoo gekauft? Äh, Shampoo habe ich geholt. Eine Packung tatsächlich. Kaya Shampoo. Cereals brauchen wir noch. Oh, das war's. Ich habe das die ganze Zeit gesucht. Das war glaube ich hier, ne? Ja, wir brauchen auf jeden Fall neue Cereals. Alter, da stehen die übertrieben drauf. Und wisst ihr was? Wir holen auch mal neue Milch. Milch hole ich mal zwei. Und Cereals hole ich auch mal zwei. 390 Dublonen. Das ist schon ziemlich viel. Aber egal. So, Finish. Du musst einfach so einen geilen Kuchen wie so eine Benjamin Blühnchentorte holen. Boah, das wäre auch geil. Okay, also Wasser ist nach oben gegangen. Toilet Paper nach unten. Oh, das sehe ich gar nicht gerne. Oh, mies. Im Preis gefallen. Oh. Oh. Boah, das ist bodenlos. Okay, lass mal trotzdem versuchen, ein bisschen runter zu gehen. Das ist scheiße. Okay, das Wasser ist im Preis gestiegen. Das ist ganz gut. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr Profit raus. Ah, das ist bodenlos. Also, der Preis ist sehr gefallen fürs Toilettenpapier. Das ist nicht schön. Ich bin überfordert. Ich gehe morgen das erste Mal in den Club und jetzt weiß ich nicht, was ich anziehen soll. All in black or all in white? Bin mies überfordert. Äh. Zieh doch einfach an, wofür du dich wohlfühlst. Ist doch scheißegal, welche Farbe, oder? Ist das nicht irgendwie das Wichtigste, dass man sich einfach wohlfühlt? Ist das nicht scheißegal, welche Farbe? Okay. Machen wir mal 3,99 für den Cake-Chat. So. Und wenn der jetzt nicht weggekauft wird, also dann springe ich hier aus der Hose raus. Wirklich. Dann springe ich aus der Hose raus. Aber ich fühle mich in beidem wohl. Ähm. Okay. Boah, ich glaube, das ist so ein Frauending, ne? Ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen mit dieser Frage. Was ziehe ich heute an? Ich glaube, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, Mann. Da bin ich komplett raus. Da bin ich, glaube ich, zu sehr... Zu sehr ADAC, Mann. Um mir darüber Gedanken zu machen. Bin ich hier ehrlich. Gibt in vielen Clubs Stresscodes, okay. So. Milch. Ich würde sagen, wir machen hier die Milch rein. Ja. Da kommt die Milch rein. Ich glaube, ich habe sogar zwei bestellt gehabt, oder? Was haben wir hier noch? Mehl. Nimm Black. Ich denke bei Weiß so an Flecken durch Getränke. Oh, ja. Okay. Das ist ein guter Gedanke eigentlich tatsächlich. Chat, wir machen hier einfach ein ganzes Milchregal. So, was haben wir hier? Ähm, ja. Das ist der Kaffee, ne? Der gute Kaffee. Es ist halt eine Geburtstagsparty und dann Afterparty und danach Club. Boah, Alter, das ist aber was vor morgen. Ja, dann würde ich vielleicht doch was Dunkles anziehen. Also gerade wegen Flecken oder so, ne? Auch wenn man so tanzt und so. Wenn man schwitzt, sieht man das nicht in Weiß total? Und ich meine, du bist ja dann wirklich den ganzen Tag unterwegs, wenn du da vorher Geburtstag und da dies und da das und keine Ahnung, dann wird man ja wahrscheinlich auch schwitzen. So, das sieht doch gut aus, oder? Warte, wie sah das bei der Milch aus? Der Preis war ganz... Oh, die gibt aber auch nicht so viel Profit, ne? Schade. Egal. Ist okay. Kann man machen. 9,99. 4 Dollar Profit ist natürlich ganz geil. Wie sieht es mit der Peanut Butter aus? 5 Dollar Profit ist natürlich auch sehr geil. Ich würde bei Yoshi einkaufen. Dinkel, das freut mich. Kommt darauf an, was du willst. Mit Weiß fällst du auf, weil Weiß Lichter reflektiert und mit Schwarz ist es genau das Gegenteil. Einfach Menschen, die auffallen wollen. Okay, also, dann würde ich sagen, fangen wir mal den nächsten Tag an. Oder soll ich... Boah, ich bin gerade noch am überlegen. Ich habe auch Bock, das hier noch zu füllen. Ich weiß nur nicht mit was. Okay, wir könnten noch Toast kaufen vielleicht. Toast und Pasta. Komm, wir holen noch mal Toast und Pasta vielleicht. So, Toast und... Alter, warte mal. Das Müsli ist teurer geworden, Chats. Oh, das Müsli ist teurer geworden. Das ist natürlich... Also da... Das ist natürlich schön. Versuchen wir mal 8,99. Könnte zu viel sein. Die Seife... Ja... Ja, ja... Seife können wir auch noch ein bisschen holen. Ähm... Seife... Pasta wollte ich holen, ne? Seife und Pasta. Diese Ordnung, mein innerer Gandalf. Ach ja, Lola. Weißt du, die Sache ist, ich mache das. Eigentlich ist das natürlich... Das ist alles extra. Macht ja auch Sinn. Weil die Leute müssen praktisch jedes Regal einzeln angucken, um ihre Sachen zu finden. Und dadurch kaufen sie dann auch noch andere Artikel ein. Du denkst, das hat ja alles gar kein System. Aber du, du irrst dich. Ich bin nicht umsonst, Mr. Reich. Ne? Also das ist... Das hat ja alles seinen Sinn, was wir hier machen in diesem Laden, ne? Ich finde es halt nur ein bisschen doof, sodass man dann einfach ein neues Regal anfangen muss. Für halt so ein paar Stück halt noch. Sanja, einen wundervollen Abend. Ich hoffe, dir geht es gut. Und... So, und das Brot... Ja, haben wir da noch ein bisschen. Komm, der Toast hier oben noch rein. Tada! Oh, ich wollte gerade sagen, haben wir nicht mehr Peanut Butter? Das wäre jetzt unser Untergang gewesen. Ich habe sehr viel Toast gekauft, weil Toast halt eigentlich echt so ein... Das ist so eine Standardsache. Die braucht man immer, ne? Toast ist immer gut. Genauso wie Brot eigentlich. Wobei ich nicht so der Brot-Fan bin, ehrlich gesagt. Wie sieht das so... Chat, wie sieht das so bei euch aus? Wenn ihr... Also ein perfektes Frühstück. Was ist für euch ein perfektes Frühstück? Also wäre das Toast? Wäre das Brötchen? Wie sieht das... Oder... Also Brötchen so mit Ei und so? Oder wie sieht das so bei euch aus? Was würdet ihr bei mir im Laden kaufen wollen? Ich muss hier einen Marktanalysen machen. Warte mal, das Wasser ist auch teurer geworden, ne? Lass mal ganz kurz gucken. Okay, das habe ich schon ein bisschen teurer gemacht. Ey, wisst ihr was? Aber eigentlich macht das dann Sinn, nochmal Wasser zu kaufen. Wenn das gerade auch noch teurer ist. Dann ist das eigentlich wahrscheinlich gut, da noch mehr Wasser zu holen. So, machen wir das Regal hier auch nochmal voll. Selbstgebackenes Brot. Okay, das ist natürlich Next Level. So selber Brötchen machen oder so. So richtig. Das ist natürlich krass. Smoothie Bowl mit frischen Früchten. Pancakes. Oh, auch geil. Brötchen, Eier. Noch so Schokokroissant. Oh, Lisa, wir verstehen uns. Brötchen, Ei und Schokokroissant. Ach du Scheiße. Was ein geiles Frühstück. Und ein Kakao vielleicht noch. Oder ein Tee. Ja, weil ich trinke ja jeden Morgen Tee. Oder eigentlich gefühlt den ganzen Tag. Tartlein, wunderschönen guten Abend. Alles klar bei dir? Hallo. Brötchen oder Toast? Spiegelei ist auch gut. Aber momentan esse ich viel zu viel Obstsalat. Oh, geil. Kann man sich irgendwann in einem Game vielleicht ein Lager bauen? Ja, in der Vollversion wohl. Das soll wohl irgendwie funktionieren. Aber das ist halt nur die Demo erst. So. Ach ja, ich muss vielleicht auch den Tag starten. Das wäre ja nicht schlecht. So, Chat. Ein neuer Tag bricht an. Ja, Joshi, ich will in dem Supermarkt nächste Mal eine Bäckerei sehen. Boah, das wäre so geil. Wenn man sogar zusätzlich auch noch eine Bäckerei im Laden haben kann. Spiegelei auf Toast. Brötchen. Vegetarisch und herzhaft. Döner. Ganz einfach. Hashtrail. Wir verstehen es. Einfach der Döner zum Frühstück. Habe ich auch tatsächlich schon öfters gemacht. Äh, auch mal, ich habe auch mal eine Pizza gefrühstückt. Sag ich auch schon mal. Milk is too expensive. Echt jetzt? Ah ja, doch. Ne. Was? Das sind doch nur irgendwie 40 Cent Unterschied. Entspann dich mal. Jetzt habe ich Hunger. Ja, das passiert oft in meinen... Da wird der Kuchen gekauft. Sehr gut. Ich muss also nicht über die Ladentheke hüpfen. Das ist doch schon mal was. Ach du Scheiße. Ah, was ist denn? Es ist... Es ist... Es ist... Ja, also die ist aber wirklich auf... Also extremste... Also die kümmern sich aber sehr krass um ihre Haare. Shampoo scheint sehr wichtig zu sein. Ah, das gute Toilettenpapier, Mister. Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Toilettenpapier mit Küchlein gibt es heute Abend. Sehr schön, sehr schön. Wenn das nicht scherpelt, dann weiß ich auch nicht. Bei deinem Stream geht es mir immer gut. Das ist sehr süß von dir. Dankeschön. Es freut mich, dass du da bist. Wie vor haben wir eigentlich mittlerweile? Boah, wir haben ja schon wieder 2 Uhr einfach. Das ist so krass einfach, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so einen Supermarktladen zu führen hat, ne? Da geht die Zeit so schnell um, ne? Oh man, ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit ich einfach in den Full Release stecken werde in diesem Game. Ich will es wirklich nicht wissen. So, die nimmt sich ein... Ah, die Tuna wird eingepackt. Wurde bis jetzt tatsächlich nicht so gut verkauft, ne? Oder? Also die Tuna wurde nie... War nicht so gut bis jetzt. Ist nicht so der Kassenschlager gewesen. Ah, da werden die Küchleins gek... Ne, keine Küchleins. Okay. Boah, Alter, kauft die viele Süßigkeiten. Tarte, schlaf gut. Boah. Die kauft aber fett Süßigkeiten. Ach, du heiliger Bimber. Ne, eher weniger. Schlaf gut. Pass auf dich auf. Chat, was habt ihr heute noch vor? Guckt ihr noch eine Serie oder so? Oder geht ihr gleich sofort schlafen? Wie sieht das da bei euch aus heute noch? Ich glaube, ich werde mich gleich noch ums VOD kümmern, damit das morgen sofort dann online ist um 12 Uhr. Damit die Leute das nachgucken können, weil ich habe ja sehr spät auch angefangen. Ich hoffe, das kriege ich heute noch hochgeladen. Sehr gut. Werdet ihr dann sehen, YouTube-Zuschauer, die gerade bis hierhin geguckt haben, ob es dann funktioniert hat morgen. Nur noch schlafen. Wahrscheinlich weiter Young Sheldon gucken. Ey, ich gefällt dir das. Ich hatte da auch irgendwann mal reingeguckt. Irgendwie, warum auch immer. Ich habe es irgendwie so gar nicht gefühlt. Zack. Schlafen, nur noch schlafen. Ein bisschen noch was zocken. Und so um 4 oder 5 Uhr schla... Äh, und so um 4 Uhr, 5 Uhr schlafen gehen. Was zockst du denn, Awe? Also schlafen, lesen wahrscheinlich. Wahrscheinlich noch ein bisschen Minecraft spielen und dann versuchen zu schlafen. Du musst weiterschauen. Ja, ich bin ja sowieso nicht so der Serien- und Filmarzt. Deswegen ist er jetzt sowieso nicht so meine Welt. Essen. Oh, Potato. Das ist eine sehr gute Wahl. Also was essen werde ich auch noch. Ich glaube, ich fahre mir eine fette Torte gleich noch rein. Weil meine Schwester hatte ja Geburtstag vor ein paar Tagen. Und ich glaube, da fahre ich mir auch noch eine fette Torte rein. Stellt euch Yoshi als Kassierer vor, wie er alles kommentiert, was ihr einkauft. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Chips sind zu teuer, Hals, Maul, als ob. Ja, okay, ein bisschen. Ich kann es verstehen. Ist okay. Ich glaube, das wäre auch ein Problem bei mir. Ich müsste das alles kommentieren. Das ist so diese Streamer-Krankheit, weißt du? Also meine Streamer-Krankheit. Haben auch manche andere Streamer. Ich kann nicht aufhören. Also auch wenn ich ja selber teilweise Videospiele spiele, ich kommentiere die Dinge einfach selber, als würde ich ein Let's Play machen. Obwohl ich alleine spiele. Ja, erwische ich mich manchmal, weil es ist, ja. Hast du die Discounter gesehen? Nee, habe ich nicht. Aber hast du Superstore gesehen, Veganer? Also Superstore fand ich supergeil. Warte mal, die Eggs sind zu teuer. Nicht so deine Welt, Big Bang Theory liebst du doch auch. Ja, aber ich gucke keine Serien, Bammus. Ich liebe Big Bang Theory, aber ich gucke keine Serien. Ich gucke keine Serien und ich gucke auch keine Filme. So. Superstore ist eine 10 aus 10. Ja, man, Superstore ist wirklich eine sehr süße Serie. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der abends so ein bisschen chillen möchte und lachen will. Ich gucke eigentlich auch keine Serien, aber die catchen mich irgendwie. Okay, krass. Ja, ich muss halt sagen, ich mag alleine so dieses Gefühl nicht, einfach da AFK zu liegen und da einfach eine Serie zu gucken. Warte mal, ey, sind die wirklich zu teuer? Also ich lese irgendwie zur Zeit einfach wie, Alter, das ist doch nicht zu teuer. Ich bitte dich. Also was, was, wo regt die sich denn auf? Ähm, ich mag es irgendwie lieber zur Zeit einfach zu lesen im Bett. Ich weiß auch nicht. Ich wollte mir gerade Kakao machen, hab mich mit Hafermilch vollgeschüttet. Das ist natürlich nicht so nice. Ich spiele währenddessen Hay Day. Ja, okay, da bin ich ja auch... Boah, Alter, das ist aber ein fetter Einkauf. Ach du Scheiße, da wird aber eine Hausparty gefeiert wahrscheinlich. Ähm, ja, also die Sache ist halt so bei mir irgendwie, ich, also ich hab damals, wo ich jünger war, hab ich auch so Mobile Games gespielt, aber irgendwie hab ich da auch gar keinen Spaß mehr dran. Ich weiß auch nicht. Boah, da wird die Thune aber eingesteckt. Ich bin seit Sommer an einem Buch. Okay, krass. Lesen kann ich gar nicht. Ja, ich war auch nicht so der Lesetyp, aber seitdem ich halt Social Media komplett gelöscht habe und so und gar nichts mehr davon benutze. Ähm, und auch kein YouTube mehr irgendwie gucke und so ein Shit, sondern immer dann mein eigenes Ding mache auf YouTube, wenn dann und meine eigenen Videos hochlade. Ähm, ich, ich, also, mein Leben besteht eigentlich nur noch aus Lesen, ähm, generell alles, was so mit meiner Arbeit zu tun hat und Familie halt, ne, spazieren. Und, äh, das ist wirklich krass. Also ich hatte da letztens auch, ich hatte so ein Stück von einer Podcast-Folge noch aufgenommen gehabt letztens und da hab ich so ein bisschen darüber gesprochen gehabt. und das ist so krank einfach, wenn du plötzlich Social Media weglässt, ne? Junge, du hast so viel Zeit. Das ist, das ist insane. Und teilweise, äh, weiß ich gar nichts, auch mit dieser Zeit anzufangen, weil man das irgendwie einfach gar nicht mehr kennt. Also ich meine, stellt euch vor, ihr sitzt, ihr sitzt vier Stunden am Tag auf Instagram und diese vier Stunden sind plötzlich einfach weg und ihr habt ja einen dann einfach zusätzlich, dann habt ihr vier Stunden, wo ihr einfach gar nichts tut, wisst ihr? Das ist übel krass. Das ist mir so heftig aufgefallen in den letzten Tagen, wie, also, was das für einen Unterschied macht halt, ne? Auf all das zu verzichten, das ist Wahnsinn. Äh, siehst du Instagram DMs ab und zu noch? Ja, ja, also Nachrichten und so lese ich auch noch bei Instagram. Ähm, nicht mehr so oft, aber dafür nehme ich mir auf jeden Fall noch die Zeit, ja. Zack. Jeden Tag nur bis zu eine Stunde TikTok, vorher mindestens immer drei Stunden oder, äh, vorher mindestens immer drei Stunden oder so, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ich habe ja komplett aufgehört mit, also mit allem, was das so angeht. und, ähm, das ist wirklich, also, also, man, also, für mich, ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, es ist, als würdest du ein Loch in deinem Leben haben. Einfach. Weil, weil das ja vorher so viele Stunden deines Alltags genommen, also, eingenommen hat, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Cereals sind zu expensive. Echt jetzt? Das Einzige, weil ich halt wirklich einfach immer weiter konsumieren werde, Alter, also, der riet sich aber gerade über alle Preise auf, oder? Halt mal den Ball flach, du Lutscher. Ähm, ist halt Twitch, weil Twitch halt für mich kein Social Media ist. Das ist das Einzige, was ich wirklich einfach sehr gerne benutze und wo ich auch eigentlich nur Gutes für empfinde, sage ich jetzt mal, als Konsument. Aber, äh, ja, wirklich alles andere war ja, puh, habe ich ja echt komplett aufgehört, ne? Ich könnte gar nicht auf dich verzichten, das ist sehr süß, aber im Endeffekt musst du das ja auch gar nicht, ne? Ich meine, wenn du jetzt Instagram löscht und TikTok oder so, dann verzichtest du ja nicht auf mich. Sondern, du, du hast mich ja trotzdem dann in den Streams und das ist ja eigentlich so, sage ich mal, das, was zählt. Das ist genau mein Problem mit Social Media, reduzieren, aber auf dem Internat ist das viel einfacher, weil du immer Freunde und Betreuer interagieren, also mit Freunden oder Betreuer interagieren kannst, vor allem Sommer wird das besser. Ja, das stimmt. Und ich meine, ich bin ja sowieso halt jemand so, ich bin ja viel alleine, also so für mich selber und mache so mein eigenes Ding und das ist, das ist schon schwer, mal so gebe ich schon ehrlich zu. Es ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, plötzlich so viel Zeit zu haben und, äh, ja, diesen ganzen Konsum nicht zu haben. Schon krass. Könnte auch ein Auslöser dafür sein, dass es mir zur Zeit ein bisschen schlechter geht. Ähm, Chats, ich überlege gerade, wir haben jetzt 1088 Dollar, ich glaube, wir haben das allererste Mal 1000 Dollar überschritten, was sehr viel ist. Sollen wir, doch, wir machen das einfach, ne? Warte, lass mal ganz kurz gucken, ob wir Bills haben, die wir bezahlen müssen. Die sind ja jetzt wahrscheinlich teurer. Ja, die sind tatsächlich teurer, weil der Laden größer ist. Ähm, holen wir uns das? Ja, oder? More Products on Full Version. Ja, darauf warte ich gespannt auf die Full Version. So, jetzt haben wir alles, mal gucken. Was haben wir Neues? Wir haben Soda, wir haben, achso, Soda ist der Übergriff, Cola, Zapp, es könnte sowas sein wie Sprite oder so, Zapp. Wir haben Cheese, wir haben noch mehr Cheese. Wir haben Whisky und Wein. Boah, der Wein kostet 107? Alter, den müssen wir aber für teuer verkaufen. Der Whisky kostet 215. Holy Shit. Okay, das ist sehr viel. Äh, ich würde sagen, wir holen einfach als allererstes, holen wir uns einfach mal Cheese, Soda, einfach damit wir was Neues im Sortiment haben und sonst würde ich sagen, lass mal ganz kurz gucken, was wir noch brauchen. Kaffee ist nicht so wichtig, äh, Peanut Butter haben wir auch noch, Mehl. Wir brauchen Mehl, nee, Mehl brauchen wir nicht. Wir brauchen Cleaner. Cleaner, Shampoo, Cleaner, Shampoo, Öl haben wir noch, Chips. Cleaner, Öl, haben wir nicht, Cleaner, Shampoo und Chips. Ähm, Chips, Shampoo, Cleaner brauchen wir. Was haben wir denn hier links noch? Wir brauchen, Candy brauchen wir eigentlich auch noch neu. Candy, Candy geht eigentlich auch immer wirklich super gut weg. Holen wir uns auch mal neu, würde ich sagen. Tuna ist auch leer. Stimmt, Tuna ist auch leer, hast du recht. Wasser ist immer noch, aber das muss jetzt noch vom Vortag sein, der Preis wahrscheinlich. Tuna, ja okay, holen wir noch mal Tuna, dann sind wir bei 336, das seht ihr jetzt gar nicht, 336 Dollar, ist schon viel. Okay, ja ich sehe schon, also wir brauchen hier für überall den Fridge, also hier Fridge, Cheese, Soda, Soda natürlich auch und hier auch für den Cheese und Whisky und Wein brauchen wir keinen. Also es wird da nicht gekühlt. Boah, aber das ist schon übel teuer, ne? Whisky und Wein ist schon krass teuer. Aber Tuna ging ja auch eher weniger weg, ja, es ging nicht so gut weg. Vielleicht lag es am Preis, vielleicht müssen wir am Preis ein bisschen rumdrehen. Die Milch wurde tatsächlich sehr gut gekauft, ne? Die Milch ging sehr gut weg. Holen wir mal zwei neue Milch. So, nächster Tag. Einfach Tag 13. So, einen Tag machen wir noch. Ich würde sagen, danach verkrümmle ich mich mal. Oh nein, Wasser ist schon wieder gesunken. Oh, sogar drastisch gesunken. Müssen wir mal gucken, ob wir das bei dem Preis halten können. So 3,49 ist schon viel. Ich fände es cool, wenn wir so eine Anzeige hätten, wo die ganze Zeit angezeigt wird, was im Preis gefallen ist. Das sehe ich jetzt gerade leider gar nicht. Das wird mir nur ganz kurz angezeigt und ich muss mir das merken. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, das war ganz okay. Irgendwas ist noch im Preis gefallen, was ich noch verändern muss. Waren das die Chips? Nee, Chips auch nicht. Müssen wir gucken. Universum, habt einen schönen Abend. Pass auf dich auf. Schön, dass du da gewesen bist. Und Savile, einen wunderschönen guten Abend. Hallo oder Morgen. Guten Tag. Klingt nach einem Plan. Yes. Kuro, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, hallo. So, jetzt machen wir noch einen Tag. Füllen nochmal eben den Supermarkt auf. Boah, wir haben jetzt Soda. Geil. Boah, das sieht cool aus. Das sieht sehr geil aus. Mozzarella. Muss, glaube ich, auch in den Kühlschrank, ne? Ja. Boah, da bin ich mal gespannt. Was meint ihr, wie teuer können wir die machen? Mozzarella. Uh, 10 Dollar. Boah, sollen wir mal so, Sollen wir mal so 11,99 versuchen? Das sind dann 5 Dollar Profi? Oder, oder, machen wir mal, boah, ist schon viel, ne? Aber, sollen wir mal 12,49 versuchen? Einfach mal testen. Wir müssen es ja mit den neuen Produkten so ein bisschen versuchen, so ganz hoch zu, also so hoch zu platzieren, wie es nur geht am besten. Holy shit, da ist aber viel passiert seit gestern. Noah, wir haben hier richtig reingenerdet heute. Wir sind seit anderthalb Stunden dabei, den Supermarkt auszubauen. 4, machen wir mal 4,99. Machen wir 3,69 Profit, ist okay. Was ist mit der Milch? Die ist auch noch okay. Shampoo. Oh, das Shampoo ist im Preis sehr gestiegen. Zum Glück habe ich das jetzt auch nochmal angeguckt. Machen wir mal 7,99. Sehr gut. Das ist im Preis gestiegen, tatsächlich. Was ist da drin? 11 für Mozzarella. Äh, der Mozzarella kostet 12,49. Ja, das ist High Society Mozzarella, wenn du das jetzt so fragst. Der Mod, Mod, Mozzarella. So, die Chips müssen natürlich auch noch ausgedingst werden. Ähm, ich habe die Benachrichtigung nicht gesehen, aber jetzt bin ich ja hier. Es freut mich, dass du da bist, Noah. Auch wenn es sehr spät ist. Wir wollten jetzt noch einen kleinen Tag machen, danach verkrübele ich mich aber auch wieder. Scheiße, das Display ist voll. Fuck. Äh, hatte ich? Hatte ich noch irgendwas zum Kühlen? Ich glaube schon, oder? Mh, machen wir das so. Ich versuche die ganze Zeit eine etwas längere Nachricht zu schicken, aber das geht wegen der Moderationserstattung nicht. Kann man keine langen Nachrichten schicken, oder warum geht das nicht? Äh, das kann gut sein. Also ab einer gewissen Länge sagt Twitch dann bestimmt, oder der Bot einfach so nö. Das ist wahrscheinlich dann viel zu lange. Ich weiß ja auch nicht, also weil, ich weiß jetzt nicht inwiefern, wie lang deine Nachricht da sein soll, und worum es geht, aber, ja, wenn es was Privates ist oder so, dann solltest du das vielleicht eher dann auch privat schreiben, also bei Instagram oder so, anstatt in den Chats. Weil wie gesagt, also manche Dinge sind halt eben dann einfach zu lang für Twitch. So, dann hätten wir das auch. Oh, das sieht gut aus. Das sieht, das sieht gut aus. Chat, sollen wir noch, sollen wir noch, doch komm, wir haben neue Produkte, wir müssen die doch ausprobieren. So da, ja. Komm Chat, holen wir noch, holen wir noch eine, eine ganze Palette Cola. Einfach immer, wenn die schon in der Kasse stehen, mit der Ware noch schnell teurer machen. Da habe ich mir auch schon, das dachte ich mir auch schon, ob das funktioniert. Ob da, also ob das gehen würde. Okay, da ist voll, das ist nicht schlimm. Stellen wir einfach davor, wobei ist die Frage, ob die Leute da durchgehen können. Wir testen es. Ich schätze schon, dass sie da einfach durchgehen. Ähm, dann können wir das einfach auffüllen. So, was machen wir denn jetzt, die Cola Chats? 3,45. Sollen wir, warte mal, wie viel Profit machen wir denn mit 3,99? 2,84. Ist okay. Ist jetzt auch nicht das super Produkt, aber, aber ist okay. Können wir machen. So, wir haben noch 5 Klopapier. Das ist eigentlich ganz nice. Wir haben noch Öl. Wir haben jetzt Mehl. Wir haben noch Kuchen. Das sieht eigentlich sehr gut aus, ne? Wir haben Peanut Butter. Wir haben noch 139 Dublonen über. Eigentlich ziemlich gut gerade. Schieß können wir nicht mehr. Ist so teuer. Candy ist im Preis auch hochgegangen, ne? Ganz kurz gucken. 3,69. Boah, ist wirklich hochgegangen im Preis, das Candy. Das ist natürlich geil. Machen wir 4,49. Könnte funktionieren. Okay, Chat. Ich mach mal ganz kurz den Laden auf und ich muss Jula reinlassen. Die ist schon wieder am Klopfen. So. Boah, Chat, Mann. Wir haben einfach halb 3. Oh, Jason Statham kommt uns mal wieder besuchen. Welch eine große Ehre. Nice. So. Und er kauft sich natürlich die Frühstücksflocken ein. Ist ja klar. Wie soll es auch anders sein? Alter Papaya einfach schon 2 Tage und 18 Stunden Watchtime. Das ist schon geisteskrank, Mann. Da, das ist schon, das ist schon heftig. Chat, wie sieht es so bei euch aus? Oh, Jula, bitte aufpassen. Mäuschen, bitte. Ich kriege da mal Ausraster fast, ne? Das Problem ist halt wirklich einfach bei Jula, ne? Ich liebe sie ja unendlich. Aber das Problem ist einfach, dass sie, also, und das ist einfach sie als Katze, die hat kein Feingefühl, was Gegenstände angeht. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht solche Katzen kennt. Aber Jula läuft auch einfach gegen Dinge gegen. Und das kriegt sie selber gar nicht mit. Die läuft einfach gegen Wände und so'n Scheiß. Die hat einfach diese Wahrnehmung nicht so ganz. Und ich hab da mal mega Schiss, Mann, weil die springt hier mal auf meinen Tisch drauf oder so, dass die irgendwann mal irgendwas kaputt macht. Und das ist halt natürlich teurer Shit, den ich hier so habe, ist ja klar. Ich bin nicht süchtig. Nein, nein, nein. Du kannst jederzeit aufhören. Das ist ja vollkommen klar. Und vor allem, wenn ich halt streame, ne? Die muss nur einmal irgendwie, ich sag jetzt mal, aus meinem Spieltaben oder so, und dann schließt sie nachher mein OBS oder irgendwas hängt sich auf. Ja, Meusen, ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb. Wir kuscheln gleich. Oh mein Gott. Hilfe. Serial is too expensive. Echt jetzt? Serial is wirklich too expensive? Also, das ist doch, also, also, too expensive. Also, das ist, äh, ja, genau. Kauf deine eine Flasche Öl, du Arsch. Ist das frech. Ist das frech. Hm, guck mal, Lola einfach auch schon einen Tag und zwei Stunden. Vegane 14 Stunden. Ach, die stellen sich an. Ich find auch, Chats. Die, die stellen sich einfach komplett an hier. Ich versteh's nicht. Oh, da wird der Kaffee gekauft. Oh, wir brauchen neuen Kaffee. Oh, der ist, ich weiß, warum sie den mitgenommen hat, Chats. Ich weiß, warum sie den mitgenommen hat. Ja. Du kleine Kuh. Du Kuh, du. Ja, 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 ja. Weißt du was? Jetzt mach ich den extra teurer. Du Ratte. 99. Scheiße. Die muss, äh, ja, geht nicht. Die muss den alten Preis bezahlen. Hast du Glück gehabt? Da hast du wirklich einen Schnapper gemacht. Da hat sie wirklich einen Schnapper gemacht. Hab mich gerade noch gewundert. Da hat die echt einen Schnapper jetzt gemacht. Das ist ja bodenlos. Frech. Absolut. Absolut frech. So nicht. Nicht in meinem Laden. Wenn hier jemand einen Schnapper macht, dann bin ich das. Und nicht meine Kunden. So, bis jetzt hat keiner Cola gekauft. Das ist, äh, irgendwie nicht so ein gutes Zeichen, oder? Oder haben wir einfach so viele Produkte, dass es auch einfach nicht mehr wichtig ist, was wir haben? Weil die Leute sich einfach irgendwas nehmen. Das ist natürlich jetzt auch die Frage. Ach, jetzt ist es zu teuer. Ah, ja, genau. Jetzt ist es also zu teuer. Du, äh, wirklich. Gehst das bodenlos. Den kann man es aber auch nie recht machen, ne, Chad? Nie kann man es denen recht machen. Vier Stunden. Vier Stunden. Fünfzig. Dreisig. Minute. Tim, mit den dreisig Minuten. Da wirst du erstmal gebannt. Ah, weg vom Fenster mit dir. Jula, bitte aufhören. Ja, danke. Oh, Cola. Cola. Ja, es wird Cola gekauft. Und Tuna. Uff. Das wird aber auch ein schöner Abend werden. So wählerisch die Säcke. Absolut. So, Meister Proper wird auch noch eingekauft. Sehr toll. Zack. Ja, Chad, ich wollte es nicht sagen, ne, aber eigentlich habe ich nur diesen Watchtime-Command gemacht, um zu sehen, wer einfach sehr loyal ist. Und die Leute, die jetzt hier einfach nur eine halbe Stunde oder so haben, die, die werden hier einfach rausgebannt, ne? Die werden hier einfach, die werden hier einfach bodenlos rausgebannt. Peanut Butter is too expensive. Warte mal, waaas? Das kann nicht sein. Ja, also komm, das ist doch... Stell dich doch nicht so an. Kann gar nicht sein. War schon viel länger. Doofe Technik. Jetzt wirst du einfach zu Unrecht gebannt. Das ist natürlich blöd. Jula, mein Schatz. Wirklich. Ich liebe dich doch so sehr. Mäuschen, komm. Kuschel dich schon mal ins Bettchen. Ich komme gleich auch. Ich mache nicht mehr so lange. Ich wollte nur noch den einen Tag hier machen. Die hat halt jetzt wieder ihre Wachzeit, ne? Ja, da kommt sie schon wieder. Das ist das Problem gerade. Die will jetzt Action. Alle, die keine zwei Tage haben, müssen raus. Komm. In den Schoß. Ja, da kannst du sein. Aber nicht auf die Tastatur legen. Das wäre sehr korrekt. Ich wusste es. Achso, du wusstest das praktisch, da ich dieses System extra habe. Ey, Junge. Ich habe so Angst, dass sie irgendwas kaputt macht. Bitte, bitte. Mach nicht den Stream aus. Das Problem ist halt auch, die schiebt jedes Mal das Mikrofon weg, Chat. Die will einfach nicht, dass ich mit euch rede. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, die ist ein bisschen eifersüchtig, was das angeht. Die haut immer mehr das Mikrofon weg. Cake ist da. Seht ihr? Wie das Mikrofon einfach so wegwandert. Cake ist too expensive. Also, ich stecke dir den Keks sonst wo hin. Äh, den, den, den Keks, den Kuchen sonst wo hin. Oh, das ist eine sehr gute Auswahl, Madame. Sehr gute Auswahl. Yep. Oh, Chat-Toilettenpapier verkaufe ich wirklich mit bis jetzt so am allerliebsten einfach. Ich sage schon mal Tschüss, weil, falls gleich was passiert. Cheese is too expensive. Echt jetzt? Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Ja, vielleicht ein bisschen. Ja, komm, machen wir 10, 90. Ist okay. Kann man, können wir mit arbeiten. Dreimal Klopapier. Jaja, wir haben hier wirklich Leute, die haben Alarmstufe Rot auf dem Klo. Also, wortwörtlich. Bei denen kracht es zu Hause. Oh, da wird die Handseife gekauft. Guck mal, ich. Da wird die Seife gekauft. Oh, mein Mikrofon wandert wieder. I couldn't find Bio-Eggs. Oh, die haben alle Eier weggekauft. Was? Junge, die haben alle Eier weggekauft. Mein Mikrofon ist gleich weg, Chat. Also, gleich kann ich nicht mehr mit euch reden. Das tut mir sehr leid. Die haben ja alle Eier weggekauft. Da malt der Stift schon beim Einkaufen. Was? Junge, was? Achso, meinst du, die ist da so im Wahn schon, dass die das Klopapier einfach so dringend braucht, weil der Stift schon malt. Ja, das kann natürlich gut sein. Also, das ist aber, das ist schon sehr bodenlos. Da kann ich aber Alarmstufe Rot verstehen. Wenn du da so bei mir an der Kasse stehst, es ist eigentlich, eigentlich ist es schon zu spät. Wenn die so viel Klopapier kaufen, eigentlich ist es schon viel zu spät. Boah, die haben uns aber heute wieder sehr gut die Regale leergekauft, ne? Hey, der Command ist ja bodenlos. Nee, Bammus, der ist richtig. Der ist seit einer Woche aktiv. Ich glaube nicht, dass du in der letzten Woche über drei Stunden den Stream geguckt hast, oder? Fee, ich danke dir auch noch von Herzen für die 14 Monate. Dankeschön. Nice. Ich danke dir von ganzem Herzen, Fee, auch noch für die 14. Dankeschön für einfach so späten Support noch. Das ist sehr, sehr krass. Für dich auf jeden Fall doll umarmt. Danke dir für alles. Und schön, dass du da bist. Dankeschön. So, Chat, der Tag neigt sich dem Ende hingegen. Wir haben 9 Uhr. Ah ja, ach so, es ist schon zu Ende. Banni, einen wunderschönen Abend. Chat schnuppert nochmal ganz kurz. Das ganze Geld, was wir heute verdient haben. Diese wunderschöne Abendluft. Wir haben Feierabend, Ladies and Gentlemen. Wir haben Feierabend. Ja, stimmt, der zählt ja immer ab dem Moment, in dem man den einrichtet. Genau, genau, ja. Chat, es war mir eine Ehre, heute mit ihm unseren Laden weiter ausbauen zu dürfen. Wir können uns jetzt langsam wirklich auch richtig, also Laden nennen. Vorher waren wir vielleicht irgendwie ein Mini-Kiosk. Das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen die Größe von so einem Mini-Laden, würde ich sagen. Wir haben echt gut Fortschritte gemacht heute. Ich bin mal gespannt, ob wir die Demo nochmal spielen werden, bevor jetzt der Full-Release eben in drei oder vier Tagen ist. Mal sehen. Ich danke euch auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass ihr da wart und eingeschaltet habt. Auch hier an meine lieben YouTube-Zuschauer. Können ja auch nochmal hier ganz kurz. Dankeschön für die ganzen Subs und natürlich generell einfach für den ganzen Support. Auch natürlich generell an die Member, die sogar jeden Tag, jeden Monat da auch noch einen Sub lassen bei YouTube, um den YouTube-Kanal noch zu finanzieren. Ich bin euch sehr, sehr dankbar für alles. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Chat. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes VOD. Auch hier für die YouTube-Zuschauer. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Hat mich sehr gefreut. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal, YouTube. Schön, dass ihr da wart. Tschüss, bis bald. Tudelü. Dankeschön.